Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir sind wieder da, es ist Mittwoch, 10.30 Uhr, der erste Voice Crack ist erfolgreich verbucht für diese Episode. Und Olaf ist auch da. Man hat ihn schon gesehen, für alle, die Videokolle. Ich wollte gerade sagen, du hast... Ja, aber willst du die Audio-Listener vergessen? Ich weiß, wir fokussieren uns aktuell viel auf das Feedback, was wir bei YouTube bekommen, auf unsere Episoden, aber... Ja, weil die Kommentarspalte bei Spotify noch nicht genutzt wird, Alter. Ja, die funktioniert auch nicht. Ich glaube schon, dass die funktioniert. Das ist leider noch verquatscht. Aber ich glaube, dass es trotzdem funktioniert. Aber es funktioniert. Es könnte funktionieren. Ich habe mir Spotify gerade unterstellt, dass sie die Kommentarfunktionen haben, aber nicht funktioniert. Ich will einfach, dass wir Spotify-Exclusive sind. Ja, okay. Aber davon sind wir wirklich noch 100.000 Downloads pro Episode entfernt. Ja, so weit davon entfernt, wie dass ein Mensch auf dem Mond landet, irgendwann mal erfolgreich. Okay, verstanden. Ja, genau. Fangen wir doch direkt mal mit der Theorie an. Ich finde übrigens sehr gut, dass du für alle, es ist 10.30 Uhr Mittwochs. Ich habe gestern Eintrachttraining gemacht, habe mir danach meine drei Dinger reingeschraubt. So fühle ich mich heute auch. Ja, und deswegen ist es schön, dass du das Lagerfeuer hinten auf deinem Fernseher eingeschraubt hast. Ich, ja, relativ normal, relativ. Ich habe gestern, mir geht es heute schlecht, weil ich gestern, ich habe es gerade kurz vor der Episode schon erzählt, ich hatte so ein Training, wo ich ganz viel Warteposition hatte, irgendwie, weil wir zu viele Mittelblocker waren für den Übungsaufbau. Ich finde das null schlimm, ne? Also ich habe mich zugegeben, ich habe mich erwischt dabei, also Trainer, falls du es hörst, keine Kritik. Trainer hört, glaube ich. Trainer ist noch aktuell, zumindest noch in der Phase, dass er alles mitbekommen will. Ja, denke ich auch. Ja, ja. Keine Kritik, aber das Training gestern für mich fühlte sich ein bisschen wie Zeitverschwendung, Alter. Das muss man ehrlich sagen. Also ich sage es auf und raus, der Trainerstuhl wackelt. Das habe ich nicht gesagt. Der Trainerstuhl wackelt, das ist hier für mich auch parallel langsam zu, was bei Delay Sports gerade passiert. Also die haben Spiel verloren, wir haben Satz verloren. Wenn wir jetzt noch am Wochenende das Derby gegen Thuza verlieren, dann ist aber der öffentliche Druck, dann brauchen wir nur noch so einen Pannewitz im Hintergrund. Und wer ist unser Pannewitz, der dann so eigentlich quasi schon, wo viele der Meinung sind, das müsste eigentlich der Trainer sein? Na gut, das wäre dann ich theoretisch. Hm, Spielertrainer meinst du? Ne, dann müsste ich aufhören. Aktive Karriere beenden und dann A-Trainer-Lizenz aktivieren, Fortbildung machen und Abfahrt, Alter. Da würden wir auf TikTok auch ein paar finden, obwohl die würden auch nicht wollen, dass du Trainer bist, wahrscheinlich. Ne, stimmt. Ne, das ist egal. Das funktioniert nicht. Wie viele, glaubst du, wie viel Prozent der ZuhörerInnen, ich muss ein bisschen mehr, ich muss jetzt ein bisschen mehr darauf achten, die letzten Wochen mit dem Sexismus-Skandalen. Das baut ihr doch, du, wirklich immer, du hebst hier, keine Ahnung, du baust hier so eine kleine Treppe, dass du aus der Grube wieder rauskommst und dann scheißt du wieder mit Durchfall rein. Das ist wirklich. Ja, genau so mache ich. Das ist heftig, ey. Ich weiß nicht. Ich kann mir nur hoffen, dass Schradin das jetzt nicht hört, ne? Wenn Schradin das gehört, dass du geändert hast, Alter, dann hast du ein richtiges Problem. Dann gib dir den eine Bombe, den wir jetzt bei der Icon liegt. Wie bist du denn heute? Bist du zu viel in die Content? Also, ich wollte gerade die These aufstellen, 10 Prozent unserer HörerInnen wissen, was einfach so straight away D-Day Sports ist, würde ich sagen. 10 Prozent? Nein, mehr. Okay, 15. Mehr gebe ich dir nicht. 20. Ander. Jeder Fünfte. Ja, ander. Kann man mal Feedback geben auf YouTube jetzt hier für die ersten drei Minuten, wie viel sie verstanden haben. Ander. Und dann Schradin? Unter 20? Kennen Save viele von 9 Live früher. Ja gut, erkennen würden sie ihn, aber würden sie die Storylines von ihm kennen, da würde ich sagen, unter 5 Prozent, wenn überhaupt. Wahrscheinlich nicht. Also, das war wirklich, das war, also high related. Fördern, fördern und fordern. Das kann ja nicht sein, dass wir immer hier im Podcast irgendwie wieder zurückkommen und über ganz viele Sachen in unserem Leben nicht reden dürfen, weil wir davon ausgehen, dass unsere ganzen Boomer, die hier noch zuhören, das alle nicht mitbekommen. Also dein Leben besteht gerade aus D-Day Sports und Schradin oder was? Dann F. Das ist Hausaufgabe jetzt auch mal. Mal mitbekommen, was da passiert. Na gut, okay. Ja, weil die haben, das ist hier der gute Elias Nährlich, mit dem wir jeden Montag zu tun haben, weil wir sein Produkt, die Eiken League, zusammen mit Toni produzieren. Und die haben auch eine Mannschaft, eine Fußballmannschaft, die sind jetzt, die sind auch im dritten Jahr, ne? Die sind auch zweimal aufgestiegen, spielen jetzt da irgendwie so Kreisliga, haben halt so ein, ähnlich wie wir, so einen Kader, der eigentlich für zwei Ligen höher wäre. Wobei die würden wahrscheinlich sogar behaupten, ein paar Ligen höher, gibt viele, die jetzt sagen nicht. Und die haben jetzt letztens nach 56 Siegen in Folge, müssen wir bei uns mal nachziehen, wie viele Siege wir in Folge haben seit Start. Ja, wobei, wir haben ja theoretisch auch ein paar Mal verloren wegen, hier, Pokal. Ja gut, aber wenn du den Pokal rausnimmst. Ligaspiele, ja, Ligaspiele sind wir dann auch seit 40 plus ungeschlagen. So viele Spiele waren es, glaube ich, gar nicht, oder? Aber stimmt, unsere Staffeln waren immer nie so voll, ne? Ja. Aber kann man einer mal nachzählen? Macht eh keiner. Ja. Und jetzt ist da halt, das ist halt ganz geil, jetzt ist da so, da ist halt so Rumoren, so. Da ist nämlich auch ein total aufopferungsvoller Trainer. Ich weiß gar nicht, ob das Publikum ist, ob der Geld bekommt, aber ich gehe mal davon aus, dass wir dem die Trainerstelle irgendwie bezahlen. So, das ist irgendwie ein ehemaliger Fußballcoach, der natürlich jetzt da so voll drin aufgeht, weil ist ja auch geil, ähnlich wie bei unserem Quelix, da so ein bisschen das Spotlight zu bekommen, ein bisschen Hate bekommen, ein bisschen Lob bekommen. Das ist ja, das ist ja was, was man auch geil findet, so. Und der hat jetzt halt total viel Druck bekommen natürlich, weil dann die ganzen Idioten halt nach so einem Post auf Instagram schreiben dann halt da wirklich so 10.000 Leute drunter Trainer raus. Ja. Trainer raus, neuer Trainer, macht Panne zum Trainer, der ist eh besser. Davon sind 9.900, sind einfach ein Meme-Kommentar und 100 sind ernst gemeint. Ja, und das sind 12. Also 12 und der lässt das an sich dran. Dann gab es so einen Clip, wie er, irgendwie es fällt gerade das 1-4 und dann gab es so einen Clip, wie er dann so sich so richtig resignierend so hinsetzt. Eli steht ja an der Seite nicht mehr daneben, weil der aktuell halt nicht viel spielt und dann so, er guckt wirklich so, Eli meinst du ganz ernst gemeint, das war eigentlich ganz süß. Und dann so, tut mir leid Eli, tut mir leid. Und, also halt da wirklich so ganz offen, ehrlich, oder sich live während des Spiels bei Eli entschuldigt, dass sie gerade verlieren. Okay, krass. Das war, das war, das war ein heftiger Moment. Ja, heftig. Das ist spannend. Ja. Ich hatte gestern auch, wir können da gerne mal in Trainerdings reingehen, ich hatte ja dadurch, dass ich gestern sehr viel draußen stand bei dem Training, weil wir irgendwie, also der Übungsaufbau war einfach dafür, also ich habe gestern eine Erholung, deswegen geht es mir heute auch schlecht, by the way, weil ich hatte so zwei Sequenzen, wo ich dann mal wieder was gemacht habe, nach 20 Minuten rumstehen und dann ist halt aus der Wie viele Schichten Kleidung hattest du an während des Trainings? Viele. Viele, ja, viele. Ich habe aber die ganze Zeit meine, also ich hatte gut, dass ich so eine Jacke sogar dabei hatte, ich hatte quasi über meine zwei Schichten, die ich unter T-Shirt, Armsleeves und T-Shirt, habe ich meinen Pulli die ganze Zeit noch drüber gezogen, damit ich halbwegs warm bleibe, das war nicht passiert. Dann am Ende musste ich irgendwie da, ich habe vier Angriffe gemacht gestern im ganzen Training und 40 Blocks, das war es in zwei Stunden, also es war wirklich nichts und ich musste eine Diskussion beziehungsweise eine Feedbackschleife vom Trainer zu Matti, Zuspiel so von drei Metern von Gagai so ein bisschen schnell dicht draufgeschoben, Matti zu spät angelaufen, weil er so ein bisschen gewartet hat und Ball fliegt an ihm vorbei und er versucht mit links draußen dran zu legen und der Trainer so, weil er geblockt wurde halt in dem Moment, sagt so, geh damit rechts dran und Matti guckt so und du merkst so richtig dieses, nein Mann, du verstehst nicht, warum das passiert ist. Ich war zu spät, Alter, der fliegt an meiner Rechten vorbei, ich kann ihn auch mit links dran. So und es war so wirklich dieses, wo er eben versucht so aus seinem pädagogischen, aus dem pädagogischen Background so zu erklären. Ich schätze, dass du mir dieses Feedback gibst, weil du das gerade so wahrgenommen hast, aber Bruder, ich sage dir, ich bin tief genug drin, um zu wissen, dass dieses Feedback gerade Bullshit ist, weil natürlich würde ich mit rechts dran gehen, wenn ich dran gekommen wäre, du Vollidiot. Das haben seine Augen gesagt und das fand ich sehr geil von der Seite zu beobachten. Das ist geil, das kann ich mir richtig gut vorstellen, weil ich habe Matti ja schon sehr, sehr viel Volleyball spielen sehen, weil ich halt oft auch neben ihm stand und also erstmal ist das ein Classic von ihm, das macht er halt schon auch ein bisschen das Prinzip, bin ich ehrlich, diesen mit links. Ich weiß ja, wer auch mit rechts angekommen hätte. Den Tipper hätte mit rechts auch schaffen können, aber mit links war bei Situativ die richtige Entscheidung, weil er da die Auslande gekriegt hat. Das Geilste ist, Matti ist gerade bei uns in der Mannschaft, ist so ein bisschen der, also ein bisschen der Undercover-Boss quasi, weil ich habe das Gefühl, dadurch, dass er halt auch immer in Rheinland-Pfalz gespielt hat, ich habe nicht das Gefühl, dass unser Trainer eigentlich weiß, wie gut Matti ist. Ne, so richtig checkt das nicht. Genau, und Matti ist halt natürlich auch, ich sage mal so, er war schon mal in einer besseren Volleyball-Form und hat vielleicht auch ein paar Kilo zu viel, im Sinne von ist ein bisschen zu schwer, wegen Muskulatur und so weiter. Wenn er jetzt ähnlich unsinnig wie du. Ja, genau. Und deswegen ist er gerade noch nicht so richtig drin. Ja, aber der kann halt Volleyball spielen. Der kann sehr gut Volleyball spielen, ja. Ich sage, am Samstag wird er aufs Feld kommen, am Samstag wird er spielen. Ja, also. Weil Capitano ist nicht da und dann wird er sehr sicher das Feld sehen. Und dann wird es wahrscheinlich auffallen. Dann ist er nicht mehr der Undercover-Boss. Dann wird es wahrscheinlich auffallen. Ja, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, ja. Naja. Auf jeden Fall ist das passiert, das fand ich äußerst witzig, wie das dann vonstatten gegangen ist. Der Trainer, das ist auch so geil, kam irgendwann an und meinte dann so zu mir, ey, du stehst die ganze Zeit draußen. Ich sage, ja, die Übung ist so aufgebaut, was soll ich denn machen? Super für den Content war das wahrscheinlich wieder Coach. Ja, da muss ich sagen. Der, der das Mikrofon hatte, stand die ganze Zeit draußen. Wer hatte das zweite Mikrofon? Schnippo oder was? Ja, super. Dann hast du da wieder nur. Aber das nutze ich auch langsam ab, wird Schnippo oder die ganze Zeit rausproduziert. Ich hatte gestern eigentlich die Idee, ich wollte zehn Leute loben für Sachen. Ich bin bis drei gekommen, mehr ist mir nicht eingefallen. Super, super. Ja, dann, Jona, dann kannst du den Scheiß alleine zusammenschneiden. Das fass ich nicht an. Ich habe heute eh keine Zeit. Der wird wirklich schwer, das muss ich ehrlich zugeben. Naja, das soll es. Auf jeden Fall. Ja, dann lasst du das Eintracht-Segment kurz mal abbügeln, indem wir das auch nochmal pluggen. Denn am Wochenende könnt ihr entweder das Ganze wieder schön live auf Twitch konsumieren oder vorbeikommen, weil es sollte auf jeden Fall ein ganz nettes Spiel werden. Also es könnte, so rein so von der Atmosphäre her, könnte das das Highlight der Saison bisher sein, weil es ist Derby. Wir spielen auswärts in Düsseldorf gegen Thusa. Wir spielen quasi näher an Düsseldorf Zentrum dran, als wir sonst spielen. Genau, das ist nämlich diese Halle, wo wir auch einmal hier Meister geworden sind, Bezirksliga. Diese Hulda-Pankock-Gymnasium hier, Brinkmannstraße 16. Das ist relativ zentral in Düsseldorf. Ja, genau. Die spielen da? Die spielen scheinbar da, ich weiß es nicht. Also zumindest an dem Wochenende. Kacke. Also wir spielen auf jeden Fall da und deswegen herzliche Einladung. Thusa wird auf jeden Fall, so wie wir das kennen, die bringen natürlich wieder den ganzen Verein mit. Ja. Dementsprechend wird die Halle schon alleine ohne Beteiligung von irgendwelchen Leuten, die wegen uns da sind, recht voll sein. Und das wird auf jeden Fall auch ein bisschen, also was heißt hitzig, ich denke mal sportlich sollte es klar werden, aber die haben halt Bock und werden da auf jeden Fall auch ein bisschen Alarm machen. So, ne, letztes Mal wurde ja auch schon ein bisschen, also nicht bös gemeint, es wurde halt auch ein bisschen gepöbelt gegen uns, was ja auch völlig normal ist. Das ist wahrscheinlich egal. Es ging auch, also war jetzt auch keine Grenze überschritten oder so, aber deswegen, das könnte ganz geil werden und wenn ihr da Bock drauf habt, an so einem unschuldigen Samstagnachmittag, Spiel geht um 17 Uhr los. Perfekte Zeit. Das ist Hammer. Das ist wirklich Hammer. Ich bin nämlich immer auf dieses 19.30 Uhr oder so, ist auch total geil, stimmt, aber als Spieler, 17 Uhr Hammer, weil du nicht so super lang, also du kannst den Tag gut dahin planen und du kannst vor allem danach, also 17 Uhr bis, sagen wir mal, 18 Uhr, 15 so, ne? Im Normalfall. Dann bis 19.30 Uhr drei, vier Bierchen trinken, dann etwas essen gehen und dabei noch zwei trinken und bis 22.30 Uhr halb besoffen zu Hause als Volleyball gespielt. Genau. Das ist halt echt so das Ding. Das ist Hammer, Alter. Genau, genau so werde ich es am Samstag noch haben und danach trotzdem, jetzt ohne die Vollraumponnage, dann noch in den Sonntag danach gehen. Ja, das wird passieren. Ja. Und ich werde, das Problem ist, bei mir ist gerade, ich habe halt, ich kriege am Samstag meine Schlüssel und ich habe ja dem Vermieter, sorry, wenn ich da jetzt den Themensprung mache, aber ich rede gar nicht über meine Woche. Nö, ich war jetzt ja durch. Ja, okay. Deswegen, ich wollte es nur nochmal erwähnen, dass die Leute gerne vorbeikommen sollen. Ja, sehr gerne, wir würden uns freuen. Und dann, ich kriege dann die Schlüssel und werde dann, es fängt jetzt, ich muss halt, ich werde halt viel machen. Du musst jetzt Sachen machen, ja. Ich treffe mich am Sonntag, ich treffe mich am Sonntag mit einem Buddy, der so eine Malerfirma hat, der kommt dann rum, guckt sich die, weil ich habe dem Vermieter ja wirklich gesagt, Bruder, zieh einfach aus, ich kümmere mich, um diese Wohnung zu kriegen. Also es war ja wirklich, ich habe einen. Ja, clever. Ist clever. Ja, war, also musste ich machen, ist quasi so, ist eigentlich ein Hand, ehrlich gesagt, ist ein Handgeld, wenn man ehrlich ist. Ist ein Handgeld. Und ich sage mal so, wenn man die finanziellen Mittel dazu hat und dann im Zweifel auch noch ein bisschen die Kontakte, um das relativ locker zu machen und nicht alle selber jeden Handgriff zu machen, ist es auch einfach smart. Natürlich hast du jetzt auch Stress damit, aber wenn du jetzt halt Leute dafür hast, die dir das gut machen, dann ist das aber auch top. Ja, natürlich. Und ich habe, also habe ich ja. Und ich weiß ja auch, also ich weiß ja, ich darf ja eigentlich dem Vermieter nicht sagen, Bruder, ja klar, lass das Zimmer von deiner Tochter gerne pink, ich kümmere mich drum. Eigentlich finde ich bescheuert. Und das Geilste ist, wenn du jetzt noch drauf, also es müsste jetzt ja eigentlich so sein, eigentlich müsstest du jetzt ja den Vertrag auch so machen quasi, dass du die Wohnung danach auch wieder nicht renoviert übergeben kannst. Aber das würde er nicht machen. Das würde er nicht machen. Das macht ja keinen Sinn. Also es ist ja so, ich gehe jetzt einmal ins Vorhabenfest. Also du gibst ihm einfach wirklich nur den Fall. Er vermietet das erste Mal seine eigene Wohnung. Ja gut, ist ja eh Future Your Problem, du hast ja jetzt hervor, da ein paar Jahre zu leben. Ja genau. So, das ist auf jeden Fall deswegen. Aber es ist jetzt, und jetzt geht es los, weil ich halt, das ist ein gutes Thema, um mit dir darüber zu sprechen, glaube ich. Und, weil ich immer mehr merke, wie underdeveloped ich gelebt habe, so, ne, und wir jetzt, und jetzt dieses, diese Sachen so zusammenlegen und einfach so, so beide feststellen, so Alter, wir haben beide so viel Scheiße zu Hause, wir einfach, also es wird darauf hinaus, jetzt Long story short ist wirklich, lass uns einfach alles neu und besser machen. Also es ist halt wirklich so, dass es so passieren wird. Es ist kein, es gibt keinen, es gibt keinen Grund. Ich habe jetzt mit Schnippo einen Nachmieter, der wirklich, der wirklich so, der auch gesagt hat, ja, er hat ja nichts hier. Wurde sein, er nimmt ja alles, was du ihm da lässt, oder? Lässt du den Schrank dann doch da und alles? Ich habe wirklich, ich habe überlegt, ohne Spaß. Das ist doch perfekt. Weil, ich kann jetzt, dann kann, der muss er dir, dann muss er dir aber noch ein paar Schweizer Franken wieder zurückgeben, ne? Naja, der löst das aus, nein, der löst das aus. Also der meint wirklich, also ich habe ihm jetzt, muss ich ehrlich sagen, ich habe ihm einen fairen Preis gemacht, einfach nur, damit ich da keinen Handgriff machen kann, äh, muss. Also der übernimmt die Wohnung so, das ist geil. Ähm, das heißt, ich nehme auch nichts mit, das heißt, ich brauche alles neu, was aber auch in Ordnung ist. Schrankthema, ich habe nämlich einen riesen Fail gemacht, ich habe ja diesen Luxus, oder wir haben diesen Luxus, dass ich, also es sind vier Zimmer, so, ne? Eins ist ein Büro, eins ist Schlafzimmer, eins ist Wohnen, Esszimmer, Zeug, und eins ist halt, äh, so. Was willst du daraus machen? Ein Ankleidezimmer, richtig, logisch. Achso, ja, hätte ich jetzt vermutet, ja. Genau, so. Sonst macht er nichts Sinn. Jetzt habe ich aber, ich vollidiot, dachte ich, ich... Also außer ihr, keine Ahnung, ihr seid so, so ein Fetisch-Couple und ihr braucht so ein Fetisch-Zimmer. Mh, nee. Weit von entfernt. Okay. Was würdest du, aber ich habe gerade überlegt, was ein Fetisch-Zimmer ist. Naja, so komplett verspiegelt, all around. Achso, das ist Schlafzimmer, klar. Ja. Achso, okay, naja gut. Äh, nein, Quatsch. Aber die, ähm, Fetisch, äh, egal, das Thema biegen wir bitte ab. Only-Fans-Zimmer? Ja, wirklich so richtig krasses Kamera-Equipment, Streaming-Setup. Mhm. Und halt alle, also da musst du noch, keine Ahnung, Daniel ist ja ruhiger geworden, habe ich das Gefühl, dann kannst du so von ihm wahrscheinlich noch so... Ja, Daniel ist... Den alten Kellerraum kannst du da einmal, den er länger nicht mehr angefasst hat, den könntest du dann ausräumen lassen. Ja, weiß ich nicht, Alter. Ich glaube, der hat da, also der findet schon auch immer Verwendung für seine Spezies. Achso, okay. Ähm, die, was wollte ich sagen, so, auf jeden Fall, ich habe einen Riesen-Fake gemacht in der Planung, was mir jetzt erst aufgefallen ist, auch weil ich Schnippo einfach da noch den Schrank da lasse, den ich habe, weil der hat ja so Schiebetüren und der passt ja perfekt da in meine Bude rein, ist, ähm, ich habe wirklich geplant, in einem Ankleidezimmer Schränke mit Türen zu machen, ich vollidiot, ursprünglich. Also ich habe darauf hingedacht. Das war ja gar keinen Sinn. Ja, aber ich habe ein paar Minuten gebraucht, bis ich gecheckt habe, Bruder, in einem Ankleidezimmer ist die Kleiderschranktür die Tür, also die Zimmertür. Na, ich fände eh, da würde ich dir, da würde ich dir wirklich empfehlen, ich mache das ja schon seit Jahren. Was ich in so einem Ankleidezimmer halt wirklich total geil fände, wäre halt mehr so dieses Stangending, also wie ich es eigentlich die ganze Zeit habe, dass es so ein bisschen wie halt so ein, wie so ein Klamottenstore ist. Ja, mache ich aber auch. Dass du da hingehst und überall sind Stangen und dann brauchst du natürlich noch so ein paar Schränke oder irgendwas, wo dann auch geil so die Kleinigkeiten verräumt sind, wie Boxer und, also Unterwäsche und Saugung und all den Scheiß und so. Genau, und Sport-T-Shirts und so eine Scheiß. Ja, genau, sowas musst du auch verräumen, aber alles so normale Kleidung finde ich Hammer, wenn das überall, also einfach so an so Stangen, dann gibst du dir am besten noch Mühe, dass so ein bisschen sortiert ist und so nach Farben und so ein Scheiß und dann hast du alles, gehst du da rein und dann ist es ein Traum. Also ich kann dir jetzt, das Szenario kriege ich dir so, also der Raum hat, der Raum hat auch eine so eine Kerbe, die ist 250 und 60 Zentimeter tief, die ist also quasi für einen Schrank gemacht, theoretisch für einen Kleiderschrank gemacht, so. Da werde ich so Stangen reinhängen, ja, also wird so passieren, aber trotzdem noch zwei Schränke, zwei, also zwei Schränke wahrscheinlich von Ikea neben 1,50 breit oder so, die man so gegenüber an den anderen Wänden hinstellt, weil dann dann, was ich geil finde, zum Beispiel bei diesen Schränken ist diese, das ist ja ein Gamechanger, diese Sachen zum Hose rausziehen, also du nimmst das Ding, also du nimmst das Ding, ziehst quasi diese Schublade raus und dort sind diese Stäbe, wo du die Hose aufhängen kannst. Achso, ja, ja. Das ist Hammer, sowas, ne, das finde ich so geil, weil dann diese Hosen nicht verknittern und du die einfach so runternehmen kannst und gut siehst und die nicht auf so einer, nicht auf so einem Stapel liegen und du dann die vierte Hose rausnimmst, die oberen drei verknittern, also diese ganze, diese ganze Scheiße, die jeder kennt, passiert dann halt nicht mehr, ja, so. Plus, ich werde auch, damit ich mir 100% sehe, ich werde alle T-Shirts aufhängen, meine schwarzen und meine weißen, ich werde jetzt auch alle schwarzen Ranz-T-Shirts, die ich habe, aussortieren, ich bestelle mir jetzt neue schwarze und weiße T-Shirts, ich gehe jetzt auf ein T-Shirt und ich werde, und ich werde, was auch passieren wird, ich werde die dann immer, wenn ich die Wasche direkt auf dem Bügel hängen, trocknen lassen oder beziehungsweise schon im Schrank trocknen lassen, dann quasi so in die Richtung, muss ich gucken, ob das... Kein Trockner in diesem Luxushaushalt? Nein, ich kann trocknen, ich mach doch kein Trockner-T-Shirts, Alter, die hängt man auf. Wieso? Trocknen da. Ja, frag mich nicht, ich finde getrocknete Sachen irgendwie, die verranzen so, die sind dann so... Wirklich? Ja, die trocknen ist doch viel geiler. Ich finde immer, ich finde irgendwie so ein T-Shirt, was... Also es gibt Unterschiede, wenn du natürlich das geil trocknen kannst, am besten sogar noch mit Sonnenlicht oder so, dann ist es auch Hammer. Ja. Dann ist es super, aber ich finde, wenn du so ein T-Shirt in einem kalten Raum, in einem relativ kalten Raum, 20 Grad, wenn du den da einfach 20 Stunden lang... Was für kalter Raum... Ja, wie ein Raum halt ist, der hat doch nicht mehr als 22 Grad, außer man wohnt in Malibu. Und? Dann ist der... Also ich finde es geil, ich würde am liebsten die ganze Zeit 27 Grad haben in meiner Wohnung. Ja, das stimmt. So. Ja, aber... Aber dann ist das... Ich weiß nicht, fühlt es sich nicht so richtig an, dann ist der Stoff irgendwie anders. Fühlt es sich nicht so geil an, wenn man es trägt. Okay, krass. Also ich bin so ein Trockner-Kind, keine Ahnung. Aber ist nicht Trockner auch so... Trockner macht doch auch... Trockner ist dann auch... Dann sind die Sachen so... Dann siehst du aus wie so ein Heckenpenner wie du, weil die T-Shirts immer total verranzt sind und sowas. Nee, das stimmt auch nicht. Aus dem Trockner kommen die normal gut raus. Das ist ja das Schwierige, wenn du so waschen durch den machst und dann versuchst, das knitterfrei irgendwie vernünftig aufzuhängen. So. Nee, eben nicht. Wenn du es auf dem Bügel hängst, es sich aushängt, weil es ein heavy cotton weißes schwarzes T-Shirt ist und es da einfach hängt. Ja, und dann hängt das so komisch da. Was hängt das? Ja, denn dieses Gewicht, das ist hier physikalische Gesetze, dann so... Weiß ich nicht. Hä? Leiert das nach unten da so der Bund? Ja, aber es ist auch für... Zieht sich das auseinander? Für Nichtmännchen ist es auch gut, es so zu haben. Dann ist das T-Shirt lang. Ja, das sitzt nicht richtig. Das sitzt einfach nicht richtig da. Ich glaube, deine Sache ist auch nicht richtig. Also ich glaube, es gibt da kein richtig und falsch. Na gut. Ich wollte jetzt auf jeden Fall mal... Wie ich das mache, ich werde die einfach an die Bügel aufhängen und ich werde natürlich... Jetzt kommt ja das nächste Ding. Du musst also, auch wenn du es richtig machen willst, du musst jetzt so Bügel bestellen und zwar immer die gleichen, damit es in dem Raum clean aussieht. Natürlich. Ja, so. Das sind alles so Sachen, weil ich habe nämlich die... War so ein 150er-Pack Bügel bestellt, habe ich auch gemacht. Ja. So sieht es nämlich aus. Ja, aber... Ja, ist nämlich so, aber das ist ja totale Kacke, weil bisher denkst du so, du bist ja aufgestellt, dann guckst du in deinen Schrank und du hast so ein Arsenal von völlig verschiedenen, richtig ranzigen, billigen, pissscheiß-Plastikdingern, an denen du deine Sachen dilettantisch aufhängst und die rutschen da immer runter und alles scheiße, wirklich, alles scheiße. Und an den Kleinigkeiten fällt mir jetzt auf, wie kacke mein Leben ist, Alter. Das ist so ein Ding. Das ist wirklich so eine Kleinigkeit, wo man merkt, ich bin safe, noch nicht erwachsen. Nein, ist auch so. Weil wenn du in deinen Schrank guckst und dann sind da so vier so Plastik-Quasi-Kinder-Dinger, die du wirklich noch von deinem Jugendzimmer mitgenommen hast, dann sind da so ein Paar aus Holz, wo du irgendwann mal bei Ikea warst, dann sind da so ein paar andere noch dabei. Ja, das ist geil. Ja. Aber es gehört dazu. Ja, muss man machen. Ist so. Auf jeden Fall werde ich, also dann einmal das Szenario, was ich jetzt mache, ist, ich werde Kleiderstangen ganz viel so in diesem einen Areal da drin, dann zwei Schränke, die dann wahrscheinlich ja aufgeteilt sind. Ich kriege einen davon und sie kriegt einen davon. So fertig, so wird das ja laufen. Wir werden ja keinen Schrank teilen im Sinne, so, ne, logisch. Und dann, ich finde diese Hosendinger, finde ich total geil, wo du die aufhängen kannst. Oben, in der Mitte, zwei, weil bei mir ist auch geil, ich kann die 240-Packs-Schränke da zum Beispiel, meine Kleiderstange kann ja oben auf 230 hängen. Weil normalerweise sind da da oben noch so Bretter. Brauche ich ja nicht, ich komme da ja ohne Probleme dran. Ja. Also ich packe in die Mitte noch zwei Schubladen, wo ich dann auf guter Höhe so Boxershorts und so einen Scheiß habe. Und, aber was wir auch machen werden, ist, in der Mitte zwei Kommoden Rücken an Rücken stellen. Das heißt, man hat quasi in dem Schrank noch so eine Kommode in der Mitte, so eine Insel, weißt du, so eine Kommodeninsel, das ist die Idee dahinter. Verstehst du, was ich meine? Nee, habe ich absolut nicht verstanden, nein. Okay, alles klar, danke. Du hast Schränke an der Wand, das verstehst du. Also einen Schrank an der Wand. Ja, ja. Und wenn der Raum so vier Meter breit ist oder so, dann hast du ja bei 60 Zentimeter tief, hast du ja noch so 2,50 Meter, 2,60 Meter in der Mitte, die so leer sind quasi, ne, so je nachdem, wie du es rechnest. Ja. Ja. Und dort eine, dort jeweils eine Kommode hinzustellen. Ach, wie so eine Kücheninsel oder was? Rücken an Rücken, sodass du an der Seite und an der Seite Schubladen hast. Und davor noch eine Bank, eine kleine, wo man sich zum Beispiel so Socken oder so anziehen kann, sich draufsetzen kann und dann an eine Ecke noch ein Spiel. Das ist die Idee, wie es gerade geht. Und das ist, also unspaß, wie dumm das klingt, weil ich ja wirklich nichts daraus gebe, mein Autismus kickt da rein, dass ich es geil finde, dass ich, genau das, was du sagst, dass es alles clean hängt und es geil beleuchtet. Du gehst rein, drückst drauf und der Schrank ist geil beleuchtet und du ziehst den dann einfach so, du weißt eigentlich, was du anziehst, weil ich ziehe ja dann das weiße T-Shirt an, was genauso ist wie die anderen acht oder das Schwarze, was genauso ist wie die anderen acht, die da hängen. Aber ich finde den Gedanken trotzdem geil, es macht mir wirklich Spaß, darauf rumzudenken. Also ich mache gerade so nachts, das ist so mein Zeitquest, wo ich so darüber nachdenke, wie ich das dann richtig machen wollen würde. Ja. Weil es eine Chance ist. Es ist Hammer, wirklich. Ist schon geil. Also, wir werden jetzt ein paar Leute überrascht sein, dass du auf sowas überhaupt irgendwie Wert legst, aber so ein Ankleidezimmer ist ein Premium. Das ist ja auch eine Hammer-Effizienz. Hammer. Was ich zum Beispiel, was mich abfuckt, ist oftmals, ich ziehe das T-Shirt an, es ist verknittert, ich muss gar nicht auf irgendeine Bühne oder sonstiges. Klingt jetzt doof, aber es ist scheiße. Trockner. Ja. Okay, ich fange an, ich mache mal ein Trockner-Ding, ich besorge mir einen Trockner. Ja, kauf dir doch einfach mal einen kurz. Und ich mache dann einmal und wie, ist das scheiße. Wenn du den nicht mehr brauchst, kannst du mir geben. Nö, auf gar keinen Fall, ich lasse den dann da stehen, unbenutzt. So. Ich finde die Handgriffe dazuschen halt, also aus der Waschmaschine holen, dann dieses Timing, Waschmaschine holen, in den Trockner packen, Trockner dann denken, dann die Sachen irgendwie noch falten und sonstiges, dann da aufhängen und dieser Auffhängmechanismus, also wenn ich jetzt wirklich die Sachen aufhänge alle, dann ist es ein Handgriff nach dem Waschen. Vergiss das nicht. Es ist einmal das Ding nochmal anfassen, dann hängt es im Schrank. Das ist was anderes, als nochmal anzufassen und nochmal anzufassen, meiner Meinung nach. Ich hatte es einfach auch, wenn da so ein scheiß Ding in der Wohnung rumsteht. Ja, aber das ist halt, ja, jetzt kommt es ja dazu, wo wird das Ding stehen, da wo es mich nicht stört, weil die Wohnung groß genug ist. Das ist jetzt in dem Fall auch. So, weil im Sommer ist wieder kein Problem, stellst du irgendwo draußen hin, trocknet es sogar richtig geil und schnell. Ja. Super. Ja. Im Winter katastrophal, sage ich. Ja, okay. Das Argument verstehe ich zu 100 Prozent. Und das würde ich ja jetzt, das fuckt mich jetzt in meiner Wohnung auch ab. Wenn ich jetzt meinen Wäscheständer aufstelle, ist die Wohnung voll. Ich komme da nicht her, da würde man vorbeigehen. Ja, ja, ja. Und das ist halt super scheiße, aber das ist jetzt hoffentlich Geschichte zeitnah und da muss man halt gucken. Und dann sind ja so viele andere Sidequests. Neues, also neues Internet, also Internetverträge mitnehmen oder kündigen oder, oder, oder. Ey, in der Hotline kriegst du nicht hin, ne? Ich bin jetzt auf der Kölner Straße zu dem Vodafone-Shop meines Vertrauens gegangen, weil da einer war, zufällig, weil ich aktuell Internet bei Vodafone habe. Der Typ war aber echt, ich habe den meinen Lieblingstürken getauft, weil er wirklich ein guter Typ war. Der konnte sehr schnell antizipieren, was ich brauche und wie ich so bin. Der wollte, der hat mir einfach kurze, prägnante Antworten gegeben. Das war sehr, sehr geil. Oder er kann in keine geschlossenen Sätze sprechen, weiß ich nicht genau, aber er hat auf jeden Fall kurz, prägnant geantwortet. Aber es ist ja ein Pain von dem Herrn, wenn du versuchst, irgendwie zu sagen, ja, ich ziehe um, dahin kann ich den Vertrag übernehmen oder wie läuft das? Ich glaube, da ist wirklich einfach mal canceln und neu machen im Zweifel. Ja, aber du darfst ja nicht immer canceln, das ist ja das Problem, wenn du den übernehmen könntest, hast du ja einen Vertrag. Ja. Also ich glaube, Umzug ist nicht immer pauschal, dass du den canceln kannst, sondern die müssen erstmal checken, ob das dort verfügbar ist. Ja, aber das soll da trotzdem eine Mindestlaufzeit und dann kannst du doch einfach fristgerecht kündigen und dann ziehst du durch. Ja, aber dann laufe ich ja in deine, in das Revithole. Du läufst wie dann so einen Doppelten. Ja, genau, das macht keinen Sinn. Dann willst du zu lange noch zahlen auf den anderen. Ja, genau. Und das sind ja wirklich Sachen, wo ich so denke, krass, wie aufwendig diese Scheiße ist. Genauso wie, du musst dir ja Gedanken machen, mit dir Post, Nachsende, Auftrag und irgendwas und keine Ahnung was und sowas. Also du musst ja wirklich noch, ich muss ja überlegen, wo ich die Adresse ändern muss und so diese ganze Scheiße kommt jetzt. Ey, das ist ein Abfuck von dem Herrn, wirklich. Das macht wenig Bock bis dahin. Ja, der erste Monat in der neuen Wohnung ist meistens immer echt nicht so geil. Und dann kommt irgendwann so der Punkt, wo man langsam anfängt, es so ein bisschen zu genießen. Die Wohnung wird ja auch, also das wird ja jetzt ein laufender Prozess, der nicht so, als würde ich jetzt alles bestellen und dann sofort aufbauen. Sondern das wird ja erstmal so, du brauchst ein Bett, dann kannst du da pennen. Dann hast du einen Schrank, kannst dich anziehen. Dann hast du ein Badezimmer mit Wasser, dann kannst du dich waschen. Und dann hast du einen Kühlschrank, der funktioniert, dann kannst du was essen. Dann ist ja schon mal, dann reicht es ja so, weißt du. Also das ist ja safe. Und dann irgendwann eine Couch hast und so weiter, dann kannst du ja weitergehen. Also das geht schon, aber es ist jetzt gerade, es ist wirklich, also es macht Bock. Ich habe da richtig Bock drauf, mir so ein Upgrade zu bauen, aber es ist auch so anstrengend. Machst du Einweihungsparty? Nö. Na gut. Ja, warum? Ich habe übrigens, da können wir auch, ist das ein Spoiler, wenn wir sagen, wir planen Poker? Nö, ne? Nö. Nö. Ich habe ja auch eure Invitational-Liste von Poker gesehen, da stehe ich nicht mal drauf. Also für mich ist jetzt durch, das Thema. Ist das wirklich so? Ja. Ja, aber das ist ja Quatsch. Nö, ist mir egal. Aber das ist doch Quatsch. Dann macht ihr eure Streams halt ohne die reichweitenstarken Leute, dann fickt euch halt selber, Alter, ohne Spaß. Ihr könnt mich so am Arsch lecken, wirklich. Ey, kannst du mir bitte die Premium-Version nochmal freigeben? Wir haben jetzt vor einem Jahr eine Software gekauft, die ist jetzt ein Jahr ausgegeben. Ja, natürlich. Ja. Also wir brauchen eine Software für 1.000 Euro. Ah, du bist eingeladen. Ich kann nicht so fühlen, dass die anderen Dullis das nicht checken. Ich sag's dir ehrlich. Mann, jetzt mach nicht den. Ich habe da nichts mit zu tun gehabt. Das ist mir scheißegal. Du hast den Laden da nicht unter Kontrolle mit deinem Original-Content. Dann fickt euch ins Klick. Ich lade dich jetzt persönlich ein. Ich stehe nicht zur Verfügung. Ich lade dich doch, du stehst zur Verfügung. Ich stehe für eure Streams nicht zur Verfügung. Nein. Du bist eingeladen hiermit. Nein. Ich mach hier schön. Dann hole ich mir jetzt noch ein paar Likes ab für. Schreib gerne mal in die Kommentare, wenn ihr ein bisschen wieder Stream von mir kriegen wollt. Wenn die Jungs dann nicht pokern unter Freunden hier in der Firma, dann kann ich mal den Reaction-Stream und ein bisschen Educational-Content-Volleyball werfe ich jetzt auch noch rein, lieber Dirk. Könnt ihr gerne mal kommentieren, ob ihr Lust darauf hättet. Dann mach ich das von zu Hause und bin ich nicht auf die angewiesen. Ficker, ohne Spaß. Also du bist offiziell eingeladen für den ersten Termin. Nee, das Thema ist für mich durch. Ich zwinge dich. Das Thema ist für mich durch. Du bist gezwungen. Du bist beim ersten Termin dabei. Nein, es ist für mich durch. Du bist beim ersten Termin dabei. Wenn wir an einem Punkt sind in dieser Firma, wo einer der beiden, also du bist die Nummer eins unserer Creator. So. Ohne Frage, undebatable, gar kein Ding. So. Aber wenn uns dann sieben Leute bei einem Format, wo ja sogar noch die Angestellten hier drauf sind und das zu vermarkten, damit wir da ein bisschen Revenue zurückkriegen für den Aufwand, den wir da machen für den Content, dass wir dann sagen, nee, wir nehmen die Nummer zwei gar nicht mit an den Achtertisch. Fickt euch. Das ist wirklich geil. Ich hab das gar nicht mitbekommen. Ihr könnt euch wirklich, geht euch ficken. Meine ich ernst. Ich hab nur diese Terminliste gesehen, hab mich dann einfach eingetragen, überall passt und ich hab gar nicht drauf geachtet, wer da alles drauf steht und dass du da nicht drauf stand. Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Wer hat denn das gemacht? War Felix wahrscheinlich. Ist mir scheißegal, aber da bin ich jetzt wirklich, also sorry Leute. Hast du die nächste Feder? Jetzt mach nicht diesen, komm. Nein, den mach ich jetzt. Ich zieh's jetzt durch. Ich bin ober. So Freunde, schreibt rein in die Kommentare, wenn ihr Olaf beim Poker sehen wollt. Nein, schreibt, wenn ihr Educational Volleyball Content von mir haben wollt. Ja, viel weniger. Viel weniger. Scheiß Educational Volleyball interessiert doch eh keinen. Und dann machst du einfach, machst du da mit beim ersten Mal, gucken wir uns das mal an und dann wird das gut. Okay? Bist jemand offiziell eingeladen. Ich entschuldige mich, ich entschuldige mich für die Redaktionsfront. Ich hab geguckt, ich hab da keine Zeit. Du hast da Zeit. Nein, hab ich nicht. Du hast da absolut nichts vor an dem Tag. Wann soll das denn anfangen? Weißt du das schon? Ja. Wann denn? Termin weiß ich nicht. Mittwochabend. An einem Mittwochabend? Ja. Da kann ich nicht. Da geh ich immer zum Sport neuerdings. Kannst du danach noch machen, wenn du raus bist. Nee, dann ist es spät. Da ist mein Biorhythmus nicht so gut. Ja, ja, ja. Olaf ist dabei. Mit Kalorien tracken und sowas alles. Weißt du, das ist doch dieses Ding jetzt. Ja, wann musst du immer OZEMPIC nehmen? Hast du da eine feste Zeit? Äh, 21.44. Ja gut, klar. Sonst wirkt es halt nicht so gut, ne? Keine Ahnung. Ja. Wie schreibt sich das eigentlich? Schreibt sich das mit Z oder mit S? Mit Z. OZEMPIC. OZEMPIC. Mit C hinten dann? Genau. Okay. Ja. Muss ich mal googeln. Ja. Ja. Also wird gut. Wir machen uns langsam warm für die Winterseason. Bin ich mal gespannt. Es könnte echt, es könnte, könnte wirklich sehr gut werden. Da hoffe ich, dass die Leute da so ein bisschen mitmachen und da so ein bisschen Hype für mit aufnehmen, weil alle, die die Darts letztes Mal, letztes Jahr geguckt haben, haben das wirklich schon sehr gefeiert. Auch wenn das jetzt natürlich, es hatte nicht die brachiale Reichweite, aber es war gut. Es haben sich ja trotzdem so tausend Leute reingezogen live, was gute Zahlen sind. So, aber ich glaube, Poker hat wirklich, weil das ist, also da machen wir nichts Geringeres, als das auf dem Twitch-Markt zu revolutionieren. Ja. Wir sind dann die Ersten, also abseits von, gut, Monte hat schon mal. Nein, hier. Ihr seid nichts anderes, als die Revoluzzer des Twitch-Markts dann beim Poker. Halt die Fresse, Alter, wirklich. Naja, so, weil Monte hat irgendwann mal ein Poker-Event gemacht, da gab es das dann theoretisch auch, aber so wie wir das aufziehen mit in eigener Hand und so alles, dann, das könnte echt crazy werden und das hat dann auch echt, echt Potential. Bin nur nochmal gespannt auf den Modus dann, wie wir das dann alles machen, so mit Kohle oder so. Halt die Fresse, du bist dabei beim ersten Mal. Nein, auf gar keinen Fall. Meine Güte, ey. Mit sowas von raus kannst du dir gar nicht vorstellen, wie raus ich finde. Nee, du bist sowas von innen. Außerdem muss ich doch auch, wenn das jetzt im November irgendwann stattfindet, ich muss doch, ähm, ich muss auch umziehen, ich hab keine Zeit. Ja, Mittwochabend kannst du dann einmal... Da muss ich auch ehrlich sagen, ey, Blumen ist echt ein Thema, Blumen ist ja wirklich ein Thema, weil, ähm, also ich, also ich sag ja ganz klar nein, aber ich verstehe, Blumen sind ja an sich oder Pflanzen sind... Die sind Pflanzen gut. Pflanzen sind gut. Das wär so dumm von dir, dich da so prinzipiell gegenzustellen. Ja, aber ich will doch jetzt, Mann, das ist doch Psychologie. Außerdem für deine Nasenscheidewand, mal ein bisschen Luftfeuchtigkeit reinholen. Ja, da kommen auch, da kommen plötzlich so Argumente wie Raumklima und so. Natürlich. Ich sag, Alter, Raumklima ist gut, wenn du mich nicht nervst, hab ich gesagt, so auf dem Niveau. Ja, genau, weil du eine Frau bist, die nervt tendenziell. So, ja. Und vor allem, wenn du nicht anziehst, was ich möchte, um mal bei dem Thema zu bleiben. Oh Gott. Freiheitskämpferin oder was, nein. Oh Gott. Wobei ich da eigentlich wenig Backlash gekriegt habe jetzt von letzter Woche, muss ich dazu sagen. Wir haben es ja jetzt auch aufgerechnet jetzt so, langsam mal gut. Wir haben, also auf jeden Fall ist, Pflanzen ist ein Thema, äh, ich muss das aber jetzt psychologisch, also es ist ja auch wichtig, dass man am Anfang die Fronten klärt, deswegen bleib ich sauhart bei diesem Pflanzenthema. Ich werde keine Pflanze gießen jemals. Ich kann es nicht, werde es nicht machen. Da muss man, weißt du, da werden die Aufgaben jetzt neu verteilt. Da musst du ganz klar sagen, da, nö, deine Pflanze, kümmer. Verstehst du? Ja, meinetwegen. Nicht? Ja. Ich stelle mir die ganze Zeit vor, dass man dann auch so, aber da sind wir halt leider noch nicht, ne. Da muss Elon noch ein bisschen hustlen. Dass da so ein kleiner Roboter rumläuft, der dann immer so eine kleine Gießkanne in der Hand hat und die dann gießt. Boah, ich glaube, theoretisch ist das schon möglich. Ja, theoretisch ist das natürlich möglich. Aber du kannst es dir gerade noch nicht leisten, das macht keinen Sinn. Nee, ist noch nicht da. Ja, aber wird uns, da habe ich gestern mit Matti auch zugesprochen, wird uns alles, also der ist ja, wird uns, wird alles passieren. Wir werden alle diese Aufgaben abgenommen kriegen und das wird auch affordable für Leute, die nicht unendlich viel Geld haben. Natürlich. Wird halt passieren. Ja? Ja. Dieses Roboter-Haushilfe ist in, also in zehn Jahren ist das bei allen gut betuchten Basic. Ich sag früher. Ich sag sogar früher. Naja, in zehn Jahren machen es alle Reichen. Ich glaube nicht, dass es in zehn Jahren schon normal ist. Glaube ich nicht. Dafür dauert es so lange. Nein, Mann. Überleg doch mal, wie schnell die Preisanpassung zum Beispiel auch bei so Flachbildschirmen oder sowas vor 15 Jahren war. Am Anfang war ein Flachbildschirm das teuerste Piece auf dem Elektronikmarkt so ungefähr und jetzt ist, dann war es irgendwann so, ja, same, same. Und ich sag's dir auch, dass, wenn das seriell hergestellt wird und die Firmen da drauf gehen und Sonstiges, die Kosten für diese Dinger, die amortisieren sich ja im Rahmen eines, die amortisieren sich ja im Rahmen von 20 Jahren Nutzung oder so. Wenn du überlegst, dass du sonst einer, jeder Mensch, der eine Reinigungskraft zu Hause hat, wird in ein paar Jahren sagen, es rechnet sich mehr, dieses Ding im Leasing zu haben und es in die Absteckkammer zu stellen und anzumachen. Wie bei die Sims früher. Kennst du die Sims noch? Wo du diesen Haushaltsroboter, ja Sims kennst du aber, diesen Haushaltsroboter, wenn du mit Cheats gespielt hast und dir den einfach kaufen konntest und dann diese Haushaltsroboter da anmachen konntest. Ah ne, das kenn ich nicht. Ja, der hat irgendwie 15.000 Gulden gekostet da oder keine Ahnung und dann musstest du und so ein Ding wird's, da hab ich, wird's jetzt, also früher dachte ich immer so krass, niemals, aber das wird wirklich nicht mehr lange dauern, dass solche Sachen passieren. Das ist wie crazy das wäre, aber das ist dann wirklich irgendwann auch dystopisch, wenn du dir das so vorstellst, auch so, das ist keine Ahnung, wenn du dann so, ich sitz hier im Büro, hab dann irgendwie natürlich alles mit Kameras und so weiter, guck kurz, Hund wird ein bisschen unruhig, ich sag dem Roboter kurz, hier, geh mal kurz mit dem Hund raus. So, und auf einmal siehst du so auf der Straße, siehst du so 30 Roboter, die dann da so auf der Straße rumlaufen und alle so einen Hund ausführen. Ja, ich bin, was mich interessieren würde, wenn das in den öffentlichen Raum zulässt. Ich glaub, in privaten Räumen, da, im öffentlichen Raum wird halt, also, ja, da machst du halt eine nächste Ebene auf, ne? Deswegen, aber, weil es gibt ja schon diese ganzen Fabriken, wo keiner mehr ein Paket anfasst, weil das alles Roboter machen, die gibt's ja schon ewig. Ja gut, klar. Also, deswegen glaub ich fest daran, dass es nicht zehn Jahre dauert und auch nicht dann nur für die Reichen gilt, sondern wird relativ schnell. Da bin ich gespannt. Also, ich glaub schon, dass das, ja, noch ein bisschen dauert, dass es wirklich in die normalen Ausstattung geht. Mir fällt auch schwer, also, ich will ja jetzt safe auch eine Haushaltshilfe irgendwie haben, weil einfach, also, es ist einfach jetzt, sich darum zu kümmern, wenn's gescheit ist, lohnt, also, es ist einfach zu viel Aufwand. Und, ich, das Problem ist halt, du kriegst, ich, ich hätte gerne, sowas gibt's, glaub ich, nicht mehr, ich hätte gerne, weißt du, meine, meine Oma hatte so eine Reinigungshilfe bei sich in der Wohnung, die kam, glaub ich, einmal in der Woche oder so, für die auch Oma, also, Oma hat immer aufgeräumt, bevor die kam, so auf dem Niveau, weil die kannte dir so, hä, Oma, aber macht keinen Sinn, ähm, die kannten sich halt so, das war so eine, die so auf schwarzer Hand, ne, so, ich glaub, die hatte osteuropäischen Einschlag oder so, die auf schwarzer Hand wirklich gute Arbeit gemacht hat und einfach so, und mir ist es ein bisschen suspekt, einfach so, dann jetzt jemanden so auf so einer, so einer Homepage zu buchen, weißt du, was ich meine? Obwohl, die sich ja da auch eigentlich nur einfach anbieten, aber ich hätte gerne, dass mein Nachbar sagt, ey, die macht das bei uns seit zehn Jahren, die kann auch zu euch kommen. Eigentlich hoffe ich auf so eine Lösung, aber ich glaube, ich krieg die nicht mehr. Das ist so ein bisschen, ja, das ist ein Problem, so, und deswegen bin ich mal gespannt, wie ich das löse. Aber das ist doch, also, das Thema ist ja wirklich jetzt nicht so schwer. Du brauchst eine Person, die nicht unangenehm ist und die einen halbwegs guten Job macht, und wenn du merkst, nach zwei Wochen nicht sauber genug, dann sagst du, ja, sorry. So, dann stimmt das halt nicht. Ist ja nicht so wie, du suchst einen Babysitter, wo du halt wirklich ganz viele Ebenen brauchst, bis du da happy mit bist und ein gutes Gefühl mit hast. Ja, da geht's darum, dass sauber gemacht wird. Ja. Das können wirklich, also, ist ja nicht so, dass es nur zwei Menschen in Düsseldorf gerade gibt, die die Wohnung vernünftig putzen können. Da gibt's tausend. Ja, ja, stimmt. So, und da musst du nur eine von anstellen, dann ist gut. Ich glaub, für mich ist es halt dieses, dass die dann in meinem privaten Umfeld so sind, dass es irgendwie, und ich Menschen auch einfach nicht mag. Ja, super angenehm finde ich das jetzt auch nicht. Nee. Also, ich fänd das dann halt immer clean im Sinne von, hier, ich bin Mittwoch eh immer nicht da, hier hast du den Schlüssel, komm rein und gut ist. Ja, aber machst du das straight away mit jemandem, den du nicht kennst? Ja, ich weiß, das ist halt auch wieder eine Hürde, ne? Ja. Ja. Und das, deswegen bin ich da sehr... Ja, aber was soll die tun, gerade wenn das offiziell ist, soll die dich ausrauben, oder was? Also. Gut, jetzt ehrlich gesagt, bei mir steht nichts Teures in der Wohnung. Ja, also erstmal das und was soll die tun? Ja, stimmt auch. Also, ist ja nicht so, dass die ihren Ausweis gefälscht hat und danach durchzieht. Ja, stimmt. Also, das ist ja alles Quatsch so. Ja, stimmt schon. Das ist ja, warum sollte man da nicht vertrauen? Ja, 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 du hast recht. Aber muss ich da, die Ebene muss ich auf jeden Fall noch irgendwie, muss ich auf jeden Fall noch irgendwie durchstöbern. Und dann habe ich noch eine Sache, die ich dir erzählen wollte. Rate mal, oh, das ist sehr gut. Rate mal, wie ein Reifen wächst. Also, ich habe jetzt Winterreifen, letztes Jahr bin ich mit dem Winterreifen durchgefahren. Ich habe jetzt Winterreifen. Perfekt. Und bin deswegen super früh gegangen, damit die sich im Leasingradius, da in dem Leasingzeitraum gleichmäßig abnutzen. Egal. Das hat es wieder in meinem Kopf passiert. Wie läuft ein Reifenwechsel bei Tesla ab? Also, du warst in so einer richtigen Tesla-Fabrik. Wie läuft das ab? Du willst, du hast Sommerreifen und du stellst irgendwann im September fest, ey, dieses Jahr muss ich mich um Winterreifen kümmern. Von da bis Schlappen sind drauf. Wie läuft das ab? Also, ich kann dir, der erste Tipp ist, du gehst in die App und guckst nach Winterreifen. Ja. Bestellst die. Ja. Weil dir werden auch nur die angezeigt, die auf dein Auto passen. Also, es ist einfach idiotenssicher. Da wird dir eine Werkstatt vorgeschlagen, die das für dich machen kann. Die Werkstatt, die wird dir, genau, die wird dir zugegeben. Plus der Termin, den du da auf der App kriegst. Dann kriegst du den Termin. Und dann fährst du da drauf. Also, dann ist da irgendwie an dem Tag. Ab halbe Stunde vorher öffnet sich dieses Fenster, stellen die Auto ab und sonst wirst du da so durchgeguidet. Dann stellst du das Auto ab. Gehst dann nach in die Tesla-Lounge und kriegst einen Kaffee. Genau. Hast da heftiges Internet, kannst dir dann Kaffee ziehen, kannst da was trinken und sonst siehst aber keinen Menschen. Das heißt, du läufst durch den Store, gehst da hinten in die Service-Lounge, pimmelst da rum, dein Handy piepst, wenn das Auto fertig ist, steht wieder auf demselben Parkplatz, wo du es abgestellt hast. Die Reifen sind hinten, die Reifen sind draufgezogen. Die Sommerreifen sind hinten im Auto gut verlagert. Und du fährst weg. Du hast nicht einen Menschen gesehen. Ja, das ist geil. Das ist geil, ja. Das System, ich war da gestern, das war für mich mindblowing, Alter. Und das Krasse war, die Leute, die reingekommen sind, ich saß da an so einem Tisch, der so ein bisschen aussah wie so ein Servicetisch, weil ich da an dem PC gearbeitet habe parallel und eine Frau kam auch so zu mir und hat mir so eine Frage gestellt. Ich so, ich war genauso verloren wie sie jetzt gerade, weil es läuft alles. Und sie guckt so, naja, ich bin hier schon, bei mir zeigt gerade an, dass sie jetzt gerade da die Reifen draufziehen und 13.15 Uhr ist das Ding fertig. Und sie guckt so und sagt, okay, krass. Und die war halt ein bisschen älter als ich und für die war das halt total unruhig, weil die so, die wollte noch einen Kontakt. Ja, ist hier denn keiner, mit dem man sprechen kann? Und ich dachte so, hey, sei doch froh, das läuft alles. Deine App sagt dir, was passiert. Ist doch das Beste, was du haben kannst. Und es war wirklich, die Reifen sind drauf. Total sozialere Menschen, ne? Es ist alles fertig. Ja, finde ich auch Hammer. Unfassbar. Besseres Szenario gibt es nicht. Gibt es nicht, ganz genau. Und du wirst dir die Reifen mitnehmen und musst, das sind jetzt so selber, lagerst du Scheiße. Das nervt. Das ist ja nicht deren Geschäftsmodell dann wahrscheinlich. Da haben die überhaupt keinen Bock, das einzulagern. Ja, das nervt. Aber was nervt daran? Also ich meine, ich bin in die Tiefgarage gefahren, hab das Ding in den Kellerraum gerollt und roll die, also fasst die jetzt nochmal an, packt das, macht das gleiche mit der anderen Wohnung. Das ist nochmal eine andere, also wenn du eine Tiefgarage hast, finde ich, geht das klar. Tiefgarage und Kellerraum da unten auf der Ebene. Dann rollst du die Dinger halt da rein, dann machen die auch so Sachen wie, die packen die in die Tüten, aber machen die Tüten oben zu. Das heißt, du kannst das Ding rollen. Weil du kannst die ja sonst nicht rollen, weil sonst geht ja die Tüte auf und du rollst weiter und dann rollt der Reifen irgendwann raus. Und die haben die Tüte so zu, dass du halt den Reifen auf der Tüte rollen kannst. Und in der Tüte ist das Hammer. Ich hab zwei Dinger genommen, die durch die Tiefgarage gerollt, dann war ich fertig. Nach zwei Minuten. Also da ist schon viel, so hart das klingt. Und jetzt wird es viele draußen geben, die zuhören und sagen, boah, irgendwie suspekt, dass es so ist. Ich find das total geil, man. Jedes Mal, wenn ich irgendwie in diesen Tesla-Kosmos reingerückt werde, denke ich, in welcher Welt leben wir eigentlich alle, wir analogen Pissnaken, so ey. Also das ist ja einfach so. Das ist so einfach. Das ist so sinnvoll. Und das ist ja tausendmal besser, als wenn da irgendein Leleck steht, der keinen Bock hat auf seinen Job, der da vorne am Tresen steht und unhöflich auf sich warten lassend irgendwie dich da berät. Oder dann sagt er, stellen sie mal da hin, geben sie mir mal einen Schlüssel. Das ist doch Hammer. Ja? Ja, das ist wirklich komplett geil, ehrlich gesagt. GG. Warum? Was ist das? Ja, das ist doch gut. Das ist doch geil. Wir müssen ja alle einig sein. Okay. Ja? Ja, dann, ich dachte gerade, ich hatte so eine Außenseitermeinung von mir, aber... Nee, warum? Also ja, klar, ist wieder dystopisch. Gibt ein, zwei Leute, die wollen es dann auch nicht so, ne? Und die stehen halt auch noch so ein bisschen auf diesen Service-Charakter, dass sie da eine nette Herr oder eine nette Frau kurz einen Kaffee bringt und fragt, ob alles okay ist und du ein bisschen da, keine Ahnung, kurz mal sozial dich austauschen kannst. War eine Hammer-Kaffeemaschine, die idiotensicher behandelbar war. Die konntest dir guten Kaffee ziehen, straight away, ohne zu warten, ohne zu fragen, ohne irgendwas. Das ist doch das, was du brauchst. Ja? Sehe ich auch so. Da waren sogar Bildschirme, in dieser Lounge waren sogar Bildschirme, wo du dich hättest extra andocken können, damit du neben dem Laptop noch ein Doppelbildschirm, also die haben dir quasi Arbeitsplätze dahin gestellt. Ja. Also, da bin ich dann vielleicht, da bin ich dir vielleicht anders. Ich habe noch eine andere Frage mitgebracht. Wie findest du so das Comeback von Stefan Raab? Boah, kann ich nicht bewerten, ich habe viel zu wenig davon gesehen. Weil er jetzt so... Ich habe ein, zwei TikTok-Ausschnitte gesehen, aber ich habe noch nicht eine Sendung von ihm gesehen. Ich habe ihn auch nicht, aber so, weil er jetzt auch so, er war jetzt auf dem Schi-Agu-Konzert und hat da irgendwie, weil er in Köln war oder so, habe ich gesehen, dass er da so Gastauftritt war und irgendwie, keine Ahnung, auf seiner Zieharmonika da irgendwie die, irgendwie ein kölsches Lied angestimmt hat und solche Sachen, wo ich so denke, was, was, warum macht er das? Weil er jetzt einfach wieder Bock hat? Also ist der einfach, hat er jetzt Passion gerade noch? Ist ihm langweilig geworden? Oder ist das... Ich glaube schon und ich glaube schon, weil ich meine, man darf ja bei dem nicht vergessen, so, der hat ja schon... Also auch wenn es nicht geklappt hat, hat der das ja schon vorangetrieben mit diesem, wir müssen Knossi ins Fernsehen holen, wir müssen das machen, der hat ja schon... Ja, ja. Den Wandel hat er ja verstanden. Ja, das hat er verstanden. Also er ist trotzdem natürlich, ist dann auch der Meinung, keiner macht so gut wie ich und alle sind scheiße und ich muss es wieder selber machen, was ja auch nicht unberechtigt ist in seiner Position, aber er versteht ja schon, dass man jetzt da wieder anknüpfen muss und auch, weil ich... Also was ich noch mitbekomme, in den sozialen Medien wird es ja gut bespielt, da sind ja auch Clips, die gut funktionieren, die teilweise auch ganz lustig waren, wenn er sich da wieder, ich habe nur einen Clip gesehen, wo er sich dann wieder so ganz Stefan-Raab-Manier dann neben so einen Typen sitzt und das ist relativ lustig, der hat so eine Nudelbox und er dann einfach wieder so schamlos, kann ich eine Gabel haben bitte? Kann ich? Und dann den ja die ganze Zeit so nerven, die ihm irgendwann die Box abkauft und so. Solche Sachen sind halt immer noch witzig. Macht er halt immer noch sehr gut. Und dann ist das einfach so ein bisschen dieses Connecten, Verknüpfen einfach wieder so, ne? Und die haben ja auch alle Bock drauf. Haben ja alle Bock drauf, weil alle ihn immer noch verehren von früher, hat ja jeder Bock mit dem jetzt so eine Kollabo zu machen. Ja. Trotzdem ist es so, dass... Das ist ja Kai Pflaume auf Supersteroiden. Ja, stimmt. Haben ja alle Bock drauf. Ja, stimmt. Schöner Vergleich eigentlich. Aber trotzdem finde ich es krass, weil ich habe ja die Kommentarspalten und so und gerade auf TikTok sagen halt so viele Kommentare, also wirklich viele auch, die sagen, Bruder, lass einfach los. Unangenehm. Also es ist schon, der kriegt gerade schon harten Gegenwind. Echt? Also die Kommentarspalten werden schon von den Leuten dominiert, die eher sagen, Bruder, lass los, vor allem auf TikTok. Also es ist schon... Ja, dadurch, dass es jetzt ja dieses RTL Plus Ding ist, wird es ja, glaube ich, eh nicht so richtig. Es ist halt ein bisschen zu nischig. Ja. So, und da bin ich gespannt, was er mit seinen Events weiter, also ob es weiter Events geben wird und welche das dann sind. Weil das würde ich halt fühlen, wenn er so ein bisschen versucht, den Gedanken seiner alten Events so neu aufzumodeln, vielleicht alles noch ein bisschen geiler zu machen. Dann würde ich es sehr geil finden. Die Show werde ich mir nie angucken. Ja. Also ich habe kein Urteil dazu, muss ich sagen. Okay, gut, dann nächste Frage, die ich dir mitgebracht habe, hast du ein Urteil, was macht es, wenn LeBron James mit seinem Sohn NBA spielt? Yes. Also ich finde, das musste man immer noch ein bisschen sacken lassen, also erstmal ist ja natürlich völlig crazy, was da gerade passiert. Der junge Mann kriegt ja so viel Druck und wird ja so gebashed und auseinandergenommen und das ist natürlich alles total unfair. Hat letztens auch einer einen guten Beitrag dazu gemacht, ein gutes Video, wo einer so meinte, ihr dummen Wichser da draußen, seid ihr wirklich so hohl, dass ihr nicht versteht, warum dieser Mann so viel Spotlight bekommt? So, es ist doch einfach völlig logisch, sich darüber zu beschweren, dass Bronny James da so viel Augenmerk bekommt, ist einfach dämlich. Weil es halt völlig logisch ist, weil es gab sowas quasi noch nie. Es gab sowas noch nie und das ist das größte Ding in der Sportwelt aktuell. Und natürlich ist es sportlich kacke, dass dann die ganzen wirklich guten Rookies und die Top-Rookies, die kriegen ja alle so viel von dem, was Bronny James da gerade in Übertragung bekommt. Aber er profitiert ja auch nicht davon. Er wurde auf eine Art und Weise auseinandergenommen für seine Performance in der Summer League, was auch bodenlos war. Also ich glaube, er hat bisher ein gutes Spiel gemacht. Ja. Also bisher war es halt wirklich tragisch. Aber die All-Around-Story, das ist... Also da muss man einfach nochmal drauf gucken. Da habe ich auch letztens ein Video gesehen, wo einer nochmal meinte, ey, das ist jetzt wirklich einfach nochmal so ein Punkt, wo man sagen muss, dieser Mann ist der Goat. Das ist unfassbar. Er steht da jetzt als immer noch nicht nur relevanter NBA-Spieler, sondern als im Zweifel, wenn er will, immer noch locker einer der 10 Besten, steht er da... Locker einer der 10 Besten würdest du so raushauen. Wenn er will. Ja, wenn er will. Also wenn er heute drauf geht und sagt, ich mache heute eine A-Lister-Performance, ist einer der besten 10 der Liga. Ist ja immer noch einer der besten 10 der Liga. Das ist eine krasse Aussage, finde ich geil. Das mit 40 und jetzt steht einfach sein... Also wirklich, jetzt steht Liz Berm, steht neben ihm. Er steht einfach seinen Sohn neben ihm und er ist immer noch fucking LeBron James. So, das ist einfach nur krank. Ich würde mir wünschen, dass sein Sohnemann es irgendwie schafft, eine halbwegs relevante Karriere zu finden und dass dann auch irgendwann, wie es ja immer ist, irgendwann wäre natürlich... Das ist ja das einzige Gute. Niemand denkt oder erwartet, dass halt Bronny ein Star wird. Das stimmt. Rechnet ja keiner mit und deswegen wäre es ja eine supergeile Story, wenn das irgendwie klappt, dass er, wenn dann irgendwann das mal natürlich dann ins Tal geht mit diesem, dass die Erwartungen und so da sind, weil muss ich ja irgendwann abnutzen. Logisch. Dass er einfach ein relevanter Rollenspieler in der NBA wird. Das wäre cool. Und dass es ein paar schöne Momente gibt während der Saison, aber das ist, also für mich ist das einfach nur krank, was gerade passiert. Ich finde es auch, ich finde es mega geil. Auch, dass sie dann sofort so Mic'd-Up-Content mit den beiden machen. Wirklich jedes, du wachst morgens auf, guckst, scrollst irgendwo durch und siehst nur Father-Sohn-Content. Alter, ich liebe das, wirklich. Ich finde es Hammer. Es ist Hammer. Und nochmal, er hat halt, das ist das Krasse, der Junge und selbst wenn er jetzt nicht der Talentierteste und Beste ist, was der für eine Guidance kriegt, jetzt gerade und diesen Druck. Natürlich. Wenn der da nicht dran bricht, der kann nicht scheiße werden. Der lernt so viele Sachen. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Der kann nicht scheiße werden. Das glaube ich nämlich auch. Weil ich glaube auch, der ist auf jeden Fall ein harter Arbeiter. Ja. So, der macht, der ackert und der ist auch nicht irgendwie, das ist ja das Gute. Ich meine, der ist halt auch noch, wie gesagt, ein guter Vater und vermittelt da gute Werte und so weiter. Der wird auch nicht durchdrehen, der wird nicht irgendwelche Scheiße machen und sonst was für Skandale produzieren. Der wird seinen Job machen und wird da so hart dran arbeiten, bis er an diesem Ziel angelangt ist. Der wird sich Respekt erarbeiten, sag ich dir. Ja, das glaube ich auch. So, das finde ich so geil und da bist du auch, überleg mal, was für ein Fundus an Support hat. Du neben einem, also sowieso wird natürlich, sind die Lakers eine gute Sportorganisation, so, das wird logischerweise so sein. Das ganze Private, die, also die ganze medizinische Infrastruktur, Infrastruktur, die LeBron hat, also alles, was Training angeht und so. Ja, und auch dieses nach dem Training einfach zusammen, also wenn oder nach dem Spiel, dieses auch theoretisch zusammen nach Hause fahren, so ungefähr, wenn du das so machst. Ja, ist ja so. Ja, ja. Ja, dann da so, dann auch harte Hand, aber trotzdem so sofort wieder, sofort wieder relativieren, so von wegen, das war halt Bullshit, so da die Entscheidung. Deswegen, tralala und so. Und immer wieder diesen, den, der ja auch, es gibt einen Menschen auf der Welt, der das ähnlich relaten kann, den Druck wie du jetzt gerade, den du jetzt gerade hast, weil LeBron kriegt ja auch seit Jahren auf die Fresse. So, obwohl er, also der ist ja auch immer in diesem Thema drin. Er wird nicht so angegriffen, weil er, weil es viele sagen, er ist nicht, ist zu Unrecht da, das stimmt nicht, aber er kennt diesen Druck ja auch. Und das als deinen Vater zu haben, der dich da so gut drauf vorbereiten kann, ist eine Ebene, die kann gerade keiner greifen. Ich sag's dir ehrlich. Das ist unfassbar. Das ist ja der, das ist ja der Endstufe-Mentoring, was der da hat. Ja. All day. Ja, das ist spannend. Und sein Leben, lebenslangen All-Day-Mentoring vom Heftigsten, den es gibt. Ja, aber ich glaub, es ist auch ein geiler Sweetspot, weil natürlich hat der, also der braucht ja nix. So, da müssen wir nicht drüber reden. So, ne, der wird nie, also da geht's ja wieder nur darum, um Anerkennung, dass er wahrscheinlich auch das Ziel hat, irgendwann mal einen nicht hochdotierten, aber gut dotierten Vertrag zu bekommen und das ist dann einfach Anerkennung. Wenn Bronny James irgendwann mal, wenn sein Rookie-Ding durch ist, einen Drei-Jahres-Vertrag für 30 Millionen bekommt. Ja. So, dann ist es einfach dieses, ey, ich bin ein NBA-Spieler, ich bin angekommen, geil. So, um Geld geht's ja nicht. Nein. Und das ist auch das Gute, so um Fame geht's auch nicht so richtig, es geht nur um Wertschätzung und es geht eigentlich auch nur um den Sport. Ja. So, und das sind eigentlich gute Voraussetzungen und dass der es eh ja schon, weil, also der hat's ja schon gut geschafft, das Mental, weil, also, wenn, dann hätte der jetzt schon gebrochen sein müssen. Richtig. Das ist so und ich glaub, das wird positiv weitergehen, das ist, aber es ist eine Hammer-Story. Ich find's auch so geil, wenn er dann so, gab's so ein Interview, wie er dann auch so gefragt wurde, wie das jetzt für ihn ist, wenn er so, also wenn er halt auf dem Court steht mit LeBron und LeBron macht irgendwie auch was Cooles oder hat ein Highlight und so, dann ist er noch so und meinte, ja, es ist völlig surreal. So, du stehst da so und dann sagst du, ey, das ist mein Dad, der gerade wieder keinen krassen Dank gemacht hat oder irgendwas und ich steh gerade daneben. Ich hab den im Fernsehen gesehen, als ich zwei war, aber im Fernsehen zu Hause und der kam dann nach dem Spiel immer nach Hause, so war das ja und die, ich find, gestern hab ich einen Dank gesehen von LeBron, wo ich gesagt hab, okay, der ist auch immer noch wirklich am Start, muss ich dazu sagen, aber Bronny war der erste, aller anderen haben was gesagt, LeBronny war der erste, der sofort locked in auf Defense war, also er stand mit dem auf dem Feld, das waren die ersten Punkte von LeBron, glaube ich sogar, wo der mit seinem Sohn auf dem Feld stand, also ein heftiger Dank, also wirklich, ne, aber er war, der war nicht eine Millisekunde, hat der irgendwie gedacht, okay, krass, oder irgendwie Celebration oder so, der war voll Fokus sofort locked in auf seinen Verteidiger oder beziehungsweise auf seinen Gegenspieler. Das war geil, das war ein geiles, also für mich ein geiles Zeichen, weil alle anderen haben da wieder Show gemacht und dachten, okay, LeBron ist da, aber nein, er war sofort locked in auf Defense, war sehr, sehr geil zu sehen. Ja, ich drück dem jungen Mann alle Daumen, die ich habe. Ich auch. Das wäre einfach eine Hammer-Story, wenn der das schafft, weil wenn er es schafft, einfach nur eine normale MBL-Karriere zu haben als Rollenspieler, dann ziehe ich da schon wirklich ganz, ganz viele Hüte und ich finde es immer wieder krass, wie man sieht, wie missgünstig diese Welt einfach da draußen ist, so, ne, die das irgendwie wieder einfach nur jetzt sich da einreden, das ist unfair und irgendwas und dann da drauf haten wollen und diesen jungen Mann scheitern sehen wollen und so und das finde ich. Es wird auch wirklich immer schlimmer. Weil es ist absolut, natürlich ist es vollkommen okay, da drauf zu gucken, das machen ja auch viele, es gibt auch viele Creator da draußen, die dann wirklich auch loben, wenn man was sieht und sagen, hey, hier, das Game durchanalysiert, da sehe ich Potenzial, das war jetzt mal das erste Mal, wo man sieht, Defensive ruft er da sein Potenzial ab und Offensiv macht da keine Scheiße und dann aber genauso auseinandergenommen wird, wenn er einfach katastrophal spielt, was jetzt ja auch schon oft passiert ist, wo er wirklich desolat gespielt hat, wo man draufguckt und sagt, boah, da sehe ich gerade wenig Hoffnung, dass der Mann mal, also wirklich in der NBA spielen kann. Ja. Ja. So, ich, das gilt es zu beobachten, da bin ich sehr, sehr gespannt und ich würde ehrlich gesagt, ich würde echt, ich würde gerne mal mit dem darüber sprechen. Also wenn du mich fragst, ich würde fast lieber mal mit ihm sprechen als so mit LeBron oder so, weißt du, was ich meine? Also einfach nur über die Situation jetzt gerade und was das mit ihm macht, das ist schon so ehrlich, weißt du, bei so zwei, drei Bierchen einfach. Ja, das ist, ja, und was ich auch liebe übrigens sind immer das, LeBron ist ja auch immer noch so ein, also ein Kind im Körper eines 40-jährigen Mannes, das ist ja einfach immer noch so und dass der einfach immer noch in seinem Leben, bei all dem, was der auf der Platte hat, noch so Sidequests macht, wie letztens war doch irgendwie so ein Post, dass er auf der Konsole, auf der er spielt, war ja Top 100-Ranked Madden 25-Spieler. Ja, da dachte ich auch so, ist das Top 100-Ranked Madden 25. Da habe ich ehrlich geguckt, ob das Fake ist, also ich habe geguckt, ob das Fake ist, weil ich so dachte, hä, warum, was macht der da, Alter? Hat der einfach so drei, vier Stunden am Tag Madden gegrindet. Ja, das ist überragend. Das ist auch irgendwie geil. Das waren meine Themen, die ich mitgebracht habe. Ja, das passt doch zeitlich perfekt, weil bevor wir in Schusters Shitsheet gehen, habe ich tatsächlich noch ein Blind Ranking für dich vorbereitet bekommen. Also das Shitsheet ist nicht das Blind Ranking? Nee, das würde ich jetzt trennen, oder? Oder würdest du es mit raufnehmen? Es ist ein Segment von Schuster. Ja, okay, komm, scheiß drauf, dann drücke ich erst das Intro. Hast du noch irgendwas auf deiner Shitshow, was ist das, Shitlist, oder was ist das? Ja, da habe ich ein bisschen Angst vor, ehrlicherweise. Der Schuster packt halt irgendwas hinten rein. Das finde ich schon richtig respektlos, Vincent. Das ist Schusters Shitsheet, da müssen wir durch. Ja, also viele haben sich bedankt für die Länge dieses Intros. Letztes Mal habe ich es ja noch ein bisschen länger gemacht, aber ich glaube, es sind alle wieder sehr zufrieden. Vielen Dank, Schuster, für die Vorbereitung dieses Shitsheets. Und neben den Themen, die gleich noch kommen, starten wir direkt rein in das nächste Blind Ranking und Vincent hat sich natürlich davon inspirieren lassen, dass du jetzt hier von deinem neuen Wohnungsglück und auch natürlich Pärchenglück jetzt sehr viel berichtet hast in den letzten Episoden. Viel würde ich jetzt mal mich von distanzieren, ehrlich gesagt. Ja, 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 gut. Kannst du nicht immer kontrollieren, wie es wahrgenommen wird da draußen. Stimmt. Und dementsprechend gibt es jetzt ein Kosenamen Blind Ranking für Olaf. Du kennst die Regeln. Ich werde dir jetzt fünf Kosenamen nennen. Du musst beim ersten direkt einordnen, eins bis fünf, wobei eins der Kosenamen wäre, den du am besten findest. Können wir erstmal allgemein Kosenamen reden? Also was ist, was ist, okay, wir lassen es danach. Alles ist ein Kosename, was nicht dein richtiger Name ist. Okay. Und auch nicht, ich würde sagen, Kurzform von einem Namen ist nicht Kosename, es müsste schon was anderes sein. Kurzform ist, also bei mir wäre, bei mir gibt es das nicht. Also Alex wäre dann halt Kurzform für deinen eigentlichen Namen, also Alex halt für Olaf eigentlich, ne? Ja, genau. Ja, okay. Dass du jetzt tendenziell nicht der größte Fan von Kosenamen bist, die nächste Sache, ob ein Kosename für dich existiert, ist die nächste Frage. Für mich? Ja, okay. Aber das werden wir klären, nachdem wir das Ranking gemacht haben. Also geht es jetzt um Kosenamen für mich potenziell oder die man sich in einer Beziehung Ich glaube, Kosenamen, die man sich innerhalb einer Beziehung gibt und das sind jetzt In beide Richtungen. Ich glaube, das sind, ja. Du siehst doch jetzt gerade die fünf Dinger, die ich einsortieren muss. Dann kannst du doch sagen, ob es in beide Richtungen geht. Das ist doch eine relevante Frage für die Einordnung. Ich glaube, Kosenamen gehen immer in beide Richtungen. Oh, okay. Na gut. Oder? Gibt es irgendeinen Kosename, der wirklich nur für Frauen und nur für Männer ist? Ja, da fragst du natürlich mir auch den falschen Alter. Also würde ich sagen, nein. Das geht doch immer in beide Richtungen oder nicht mit Kosenamen. Ich habe ein bisschen Angst und gleichzeitig bin ich gespannt, weil mir würden, ich überlege gerade, was fünf sind. Mir fallen fünf gar nicht ein. Also wenn ich jetzt müsste, ist gut, dass ich... Das ist ja Quatsch. Ja. Na gut. Okay, wir starten direkt rein mit dem ersten Kosenamen. Und das ist natürlich ein Klassiker. Schatzi. Schatzi, ich würde Schatz aber damit reinrechnen. Also dieses Schatz, Schatzi zählt so als eins. Kann ich dir offen sagen, finde ich... Also ich glaube, es wird kaum was Schlimmeres geben. Also das ist für mich... Also ich überlege, ob ich es auf vier oder fünf packe. Ich sage dir warum, weil ich es wirklich mit Leuten verbinde. Boah, das ist auch ein dünnes Eis, auf das ich mich jetzt... Weil ich beschimpfe jetzt jedes Mal, wenn ich was Schlechtes sage, beschimpfe ich Leute, die das ausmachen. Ja. Leute, die das machen, sind für mich... Also Beziehungen, die das machen, sind für mich assoziiere ich mit Menschen, mit denen ich nichts zu tun haben möchte, weil das so Lappen sind oder so, ne? Irgendwie so in die Richtung. Damit hast du wahrscheinlich jetzt gerade 70 Prozent der Menschheit gefrontet. Ja. Aber finde ich irgendwie... Also ich finde ich richtig scheiße. Finde ich noch... Am schlimmsten... Und jetzt kommt es ja noch. Wenn man auch nicht die Disziplin hat... Also ich finde es unangenehm, des Grauens... Also sich Kosenamen zu geben im Vier-Augen, also In-House, sich Kosenamen zu geben... Ist eine Sache, aber es draußen zu machen, ist eine andere. Ist eine alte Ebene, ist draußen zu sagen, Schatz! Und ein Typ steht daneben und denkt so... Boah, das ist mir auch wieder unangenehm. Wenn eine Frau, Freundin, whatever, einen Typen, den ich kenne, Schatz nennt, dann denke ich so, boah, dann reiß ich ihm doch direkt die Eier ab und schmeiß sie in den Zielfühlfach. Wirklich. Das ist für mich... Das ist so entmannend, Alter. Ich finde es eine Katastrophe. Okay. Ja. Gut. Also es ist die Fünf oder was? Ja, ich packe es auf die Fünf. Mutig, weil da wird natürlich noch was kommen. Ja, aber ist mir egal. Ich habe erklärt, warum. Als zweiten Kosenamen haben wir Hase. Auch sehr populärer Kosenamen, muss man sagen. Auch in beide Richtungen. Ich glaube, ich gehe auf fünf, vier, drei, zwei, eins. Wird wahrscheinlich meine Rechte wahrscheinlich sein, weil ich einfach dann... Mangel jetzt Alternative, weil sich bei mir alles umdreht. Hase. Ich finde aber dieses Schatz, weil... Ich finde, ehrlich gesagt, Schatz finde ich schlimmer, weil Schatz kannst du so... Kannst du noch so brüllen, weißt du? Kannst du noch so... Ich finde, dann bin ich okay damit, dass Hase auf die Vier kommt. Ich persönlich finde immer so... Also Schatz ist halt so wirklich so ein ernst gemeinter Kosename. Das ist wirklich so auf Ernst, Ernst. Weil ich mag ja... Ich finde es schon lustig, so dieses... Wenn das offensichtlich nicht so ganz ernst gemeint ist. Ja, wenn du so einen drüber... Auf die warte ich noch, weil die fände ich dann... Das ist der Unterschied. Das ist viel besser erklärt als ich, aber ja. Okay, kein Problem. Dann Hase trotzdem auf vier. Hase finde ich auch nicht... Okay, gut. Dann haben wir auf der Drei... Drei. Genau, wir haben auf der Drei... Auf der Drei haben wir Pupsi. Pupsi? Ja, das finde ich... Stell dir das mal vor. Also das ist ja nochmal... Aber das ist ja wirklich... Das ist ein Indoor-Kosename. Outdoor macht, kann man das nicht machen. Weil dann sind wir bei... Ich finde jetzt... Also natürlich... Ich verstehe es ja, wo es herkommt bei dir. Zu sagen jetzt, dass wenn jemand... Öffentlich Schatz gemacht wird, dass das entmannt ist... Und man eben die Hoden abschneidet, ist natürlich Quatsch. Aber Pupsi wäre wirklich insane. Ja, Pupsi ist das, was ich... Du stehst so im Arbeitskontext oder keine Ahnung... Stehst da einfach in einer Gruppe oder so... Und dann kommt deine Partnerin und sagt einfach... Pupsi, können wir jetzt langsam mal gehen. Das ist insane. Dann reden wir wirklich von entmannt. Boah, Alter. Ja. Also Pupsi ist Indoor. Outdoor geht nicht. Also Indoor auch natürlich mit einem großen Fragezeichen. Nein, das geht einfach allgemein nicht. Also gut, ich habe nur noch die 3 frei. Es muss auf die 3. Also ich hatte nicht gedacht, dass es in die eben... Dann bin ich richtig... Dann habe ich das unterschätzt. Ich kann dir jetzt schon mal sagen... Du hast es auf jeden Fall unterschätzt. Ich habe es unterschätzt, weil es werden ja jetzt safe noch schlimmer gekauft. Ich weiß nicht, was du dachtest, was noch so kommt. So an guten Kosenamen quasi. Du hast echt nicht drüber nachgedacht, ne? Okay, Pupsi auf der 3. Ich habe an Englische gedacht, so. Honey? Ja, whatever. Aber die sind ja alle besser als Schatz. Oder Babe oder sowas. Ah, Babe. Ja, ist doch gut. Also das machen die Amis ja. Okay, Babe ist so einer der cooleren Kosenamen. Ja, da kannst du auch hell gehen und sagen, ey, Babe, gehen wir oder nicht? Kannst du doch machen, theoretisch. So, weißt du, an die habe ich gedacht. Und deswegen fällt mir natürlich diese Abgründe der deutschen Kosenamen-Scheiße sind mir natürlich nicht... Okay, da war ich schlecht vorbereitet. Ich habe mich schlecht mit vorbereitet. Okay, gut. Machen wir weiter. Also wir haben 5, 4, 3 besetzt. 1 und 2 sind noch offen. Auf der 4 haben wir jetzt Schnuckiputz. Ach, denke ich. Das wird immer schlimmer. Was soll ich denn machen, Alter? Das ist ja auch noch lang. Das macht überhaupt keinen Sinn, ist das sogar noch lang. Ja. Ja, dann ist es die 2. Okay, ich habe es verkackt. Das ist ja gut. Und als letztes haben wir Bumsferkelchen. Da musst du den Schuster fragen, wo das herkommt. Das ist wahrscheinlich aus deiner privaten Schublade. Bumsferkelchen. Ja, das ist okay, die 1. Finde ich gut, weil das ist nämlich drüber. Weißt du? Okay. Das finde ich noch... Das kannst du zumindest noch in so eine unangenehme Situation nehmen, wobei ich diese Verniedlichung da schon von immer... Also... Verniedlichung sind wir uns auch schon einig. Das ist nochmal schlimmer, ne? Schatz und Schatzi ist auch nochmal schlimmer, oder? Ja. Ja, Schatzi ist schlimm. Hase, Hasi. Bei Schatzi gibt es auch so viele, keine Ahnung, so Kappelbeispiele, die man irgendwie aus der Öffentlichkeit kennt, wo es einfach nur desolat ist. Ja. War für das letzte jetzt nochmal? Bumsferkelchen. Ja, ist klar, die 1. Ist auf die 1. Ja, auf jeden Fall. Damit bin ich zufrieden. Gut, damit hast du das Ranking einfach nur umgedreht. Also so in der Reihenfolge, wie Vincent es gemacht hat, hast du es einfach nur umgedreht. Ja, weil war ich schlecht... Okay, das war jetzt nicht das Segment, aber es hat uns zumindest in diesen... Na gut. Ja, aber ich dachte wirklich, dass wir ein bisschen... Okay, er hat auch wirklich einfach... Er ist auf die Allmann-Deutsch-Dumm-Sachen gegangen, ne? Okay, und existieren Kurse-Namen in deiner Partnerschaft? Nein, hatte ich auch noch nie, ehrlich gesagt. Wirklich gar nicht? Auch nicht so aus Spaß manchmal oder irgendwas? Warte, 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 warte. Also noch nie ist Cap, das kann ich mir nicht vorstellen. Ob es aktuell anders ist, weiß ich nicht. Nee, aktuell ist es auf jeden Fall nicht so. Ich will nicht lügen, warte. Also nennt ihr euch einfach so beim Vornamen? Nennt es gar nicht, glaube ich. Es gibt keine Situation, wo man sich nennt, oder? Ja, natürlich, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, du bist im anderen Raum und du willst die Person rufen. Was machst du dann? Ah, okay. Ja, verstanden. Dann musst du ja irgendwie, musst du sie ja adressieren. Boah, nee, mach ich, glaube ich nicht. Oder sagst du dann, ey! Ja, wahrscheinlich eher sowas. Ich sage aber wirklich Vornamen dann. Ja, das ist ja die Alternative, die es gibt, wenn du dann keine Kurse-Namen benutzt. Ich muss, fällt dir ein, hast du schon mal Kurse-Namen? Natürlich. Ja, bei welcher war es? Also ich überlege gerade, ich versuche gerade meine Beziehung zurückzudenken dahingehend. Ich glaube, ich habe schon mal, also ich war auch Indoor oder eher so Schriftform, ich glaube Kleines oder sowas. Also bei mir ist eher, und ich finde das auch charmanter, dass es nicht einen Kurse-Namen gibt, weil das finde ich auch ein bisschen cringe. So situative Anpassungen? Aber es gibt so ein Portfolio von 20. 20? Ja, und 6, 7 sind so unter der Gürtellinie und lustig, wo man so ein bisschen provoziert auch. Stimmt, das hattest du mal, wo du so ein paar Dinge eierst. Ja, und sowas gibt es so in die Richtung halt. Das finde ich dann auch, und dann finde ich das auch situativ halt lustig. Aber nicht dieses so ein Kosename. Ja, ich verstehe, was du meinst. Das gefällt mir jetzt auch nicht so gut. Ja, aber das sind so Sachen, was ich auf jeden Fall einsetzen würde, das, was ich gerade gesagt habe, dieses Babe, finde ich nicht schlimm. Das ist aber kein Kosename, sondern das ist... Es gibt auch die ganzen englischen Sachen auch so, mal so ein bisschen so, ja. Also Honey ist schon an der Grenze, aber Darling finde ich ganz cute. Genau, man kann die englischen Sachen gut einsetzen, stimmt, du hast recht, ja. Habe ich glaube ich noch nicht, aber ist auch gut, ja. Aber ansonsten hatte ich glaube ich höchstens mal so Kleines oder Sonstiges, also irgendwie, aber dann auch eher in Schriftform, nicht gesprochen. So irgendwie so, aber das liegt ja auch daran, dass ich halt, also, wenn ich mit einer großen Frau zusammen bin und ich halt Kleines sagen darf, weil ich nochmal 20 Zentimeter größer bin, dann ist das halt so, also ist ja auch unik, dass ich das sage, ich darf das ja dann sagen. Weißt du, was ich meine? So, weil dann dieses Geborgenheitsding, der Typ ist viel größer, bla bla da, kickt. Das ist glaube ich eher der Grund, warum ich das so genutzt habe, würde ich tippen. Also so... Fair, fair, fair. Aber sonst habe ich glaube ich, also die Sachen, die da jetzt gerade kamen, habe ich wirklich nie und dreht sich bei mir auch nach wie vor, also vielen Dank für das Ranking, dreht sich bei mir wirklich alles um, ehrlich gesagt. Also das finde ich ganz, ganz schrecklich und da würde ich jetzt auch mal Appell an alle da draußen, mach das nicht. Mach das nicht. Also einfach nicht machen. Okay, cool. Ja, nenn mir den Mehrwert. Ja, lass doch die Leute machen, wie sie wollen, wenn sie da Spaß dran haben und denen das irgendwie... Dann sind wir denn jetzt schon wieder da, dann alle Leute alles machen dürfen, was sie wollen oder was? Ja. Zwischen, ich laufe oben ohne irgendwo rum, ich darf jemanden nennen, wie ich möchte und ich hau jemanden nachmittags mit einer Machete um, ist alles erlaubt oder was? Jetzt ungefähr, ist ja ein guter Vergleich jetzt auch. Sehr guter Vergleich, ja. Alles in eine Stublade mehr. Gut, dann haben wir das Ranking, haben wir abgedeckt. Ich bin froh, dass ich kein Ranking bekommen habe dieses Mal, das wird wahrscheinlich das nächste Mal wieder folgen. Ja, aber es war ja situativ gut, dass ich dieses Ranking gekriegt habe. Ja, auch wenn natürlich jetzt die nahe... Also muss ich sagen, okay, du hast mich reingelegt, die Reihenfolge war natürlich kacke, so jetzt von mir, aber... Das ist übrigens gerade, dass wir nur 4,8 Sterne bei Spotify haben, ne? Warum denn nur 4,8? Das kommt vor allem aus der Zeit, aus der Zeit, wo am Anfang die Hater, wir waren ja früher, also früher kamen ja die Hater, die auf uns losgeschickt wurden, die haben da auch reingelegt. Stimmt, ne? 2.000 Bewertungen bei Spotify, 4,8 Sterne. Ja. Da haben wir nochmal die Erinnerung, dass wir ein paar neue da bekommen. Lass mal versuchen, die auf 4,9 einmal kurz zu bügeln. Also alle, die noch nicht bewertet haben bei Spotify, mal bitte reingehen mit einem 5er. Und 5 Sterne für uns empfinden. Ja. Mit einem 5er und dann da wirklich, lass uns das mal auf 4,9 hochbügeln wieder. Weil 4,8 ist so... Das ist schon so fast scheiße, wenn du nur 4,8 hast. Bei einem Podcast ist es das. Stimmt. So alles unter 4,6 kannst du quasi nicht hören. Ne. Ja. Stimmt. Jetzt ist er genau reverse. Jetzt gehen Leute andersrum rein. Nein, jetzt hast du mir vorgeschlagen. Was hat Gemischtes Hack? Bei dem Thema nicht. Bei dem Thema ist es supportive. Ah, 4,8 auch nur. Aber die sind riesig. Das ist was anderes. Bei der Größe 4,8 zu haben ist strong. Ab sechsstelliger Bewertung ist 4,8 noch stark. Ja, wie die... Also es ist ja... Das ist wie so diese Pizzeria, die so 4,9 hat oder so zwei Bewertungen, die so in gebrochenem Deutsch irgendwie so weggerotzt sind. Du denkst so, weiß ich nicht, Bruder. Und bei zwei Bewertungen auf 4,9 zu kommen fällt mir gerade auf, ist auch schwierig. Aber egal. Okay, kommen wir zu den weiteren Themen des Shit-Sheets. Da haben wir von Vincent. Was war eure beste Geschäftsidee, die ihr nie umgesetzt habt? Bei mir gibt es natürlich da hundert von, theoretisch. Was würdest du denn sagen, ist die beste? Du hattest ja wirklich ganz viele Million-Dollar-Ideen, die... Ganz viele. Die fallen mir jetzt aber auch alle einfach nicht mehr ein, muss ich sagen. Ich hatte letztens wieder eine gute. Was war denn das? Kannst du ein bisschen überbrücken? Ich muss echt überlegen. Aber ich kann es sagen, weil die... Aber die ist bei mir jetzt nicht so, dass wir die nie umsetzen würden. Aber du weißt ja, dass ich... Ich will schon immer irgendwie dieses... Diese educational... Also ich will schon immer irgendwie educational... Natürlich dann Volleyball-Content und da so eine educational Sportplattform drauf bauen, weil ich glaube, dass man Bildung... Dass man Sportbildung auch digitalisieren kann. Da bin ich, glaube ich, fest dran. Und das meine ich auch schon seit Jahren, so ehrlich gesagt. Und das finde ich... Habe ich aber nie umgesetzt. Das kann man sagen, in Teilen vielleicht schon, aber ist ja noch nie wirklich umgesetzt, so. Das würde ich... Das kommt mir als erstes in den Kopf, wenn das Thema aufkommt. Wobei ich sagen würde, wir sind es nicht ausschließend, dass wir es umsetzen. Deswegen ist es vielleicht falsch. Wir sind einfach noch an den Punkten und an der Zeit angekommen, das zu sagen, dass ich es nie umgesetzt habe. Ansonsten habe ich nichts, glaube ich, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt so viele Kleinigkeiten, ne? Was waren die besten Ideen bisher so? Wie gesagt, der Bluetooth-Duschkopf, der war sehr gut. Ich bin ja so blöd. Natürlich. Ich kann dir kurz sagen. Ja? Ich habe ja... Also in meiner... In der UG, die ich habe, da liegt ja ein Patent. Stimmt, für diese Schrauben oder was war das, ne? Ja, für so Lüsterklemmen, die... Also liegt ein Patent für so Lüsterklemmen. Da sind so Klemmen, wo man halt... Die ist so konzipiert, dass die über den Magnetismus... ...dass du Lampen quasi alleine anbringen musstest und nichts mehr schrauben. Also eigentlich... Also es ist echt eine ganz geile Idee gewesen. Sehr, sehr geil. Haben wir auch ein bisschen Geld reininvestiert. Habe ich aber nie umgesetzt, weil dann plötzlich Spontant aufgeploppt war und ich mich auch mit ein, zwei Leuten aus der Runde da überschlagen hatte. Aber das Patent liegt jetzt... Also diese Runde hat sich aufgelöst. Die UG, die wir da vergründet hatten, die gehört jetzt mir und das Patent liegt da drin. So. Und also die habe ich halt nie umgesetzt. Also theoretisch müsste ich es machen, aber... Ja, habe ich nie umgesetzt. Weil das wäre so das nächste Ding gewesen zu sagen, hey, pass mal auf, wir revolutionieren ein bisschen die Flexibilität von diesem Lampenmarkt. Und dadurch kannst du es an- und abschrauben, so super leicht. Dann könntest du zum Beispiel auch theoretisch einen Ostern... Eine Familie hat Ostern, keine Ahnung was, und du gehst zu Ikea oder weiß nicht was und kaufst dir für zwei Wochen diese Osterlampe und machst halt die Mutter oder whoever, die sich dann darüber kümmert, dass es irgendwie cooler und nach Ostern aussieht zu Hause. Sorry, wenn ich jetzt in diesen Schubladen denke. Äh, die nimmt die ab, dreht die einmal auf, nimmt die normale Lampe ab und packt halt für zwei Wochen die Osterlampe ran. So. Dass du diesen Markt halt multiplizierst, weil Lampe anbringen ist einmal, oh geil, hängt. Das wäre schon sehr, sehr nice. Ja. Also ich sag's ehrlich. Weil das ist ja wirklich Abfuck, jeder kennt das, ey. Dieses beim Umzug und dann hast du noch keine, Strom ist ab, hast du irgendwo so eine scheiß Lampe und dann bist du da und manchmal sind die Kabel zu kurz. Genau. Und das ist total stressig dann mit diesen scheiß Lüsterklemmen. Und das zu Ende bauen, Prototypen, also das ist ja so ein Ding, wo du das zu Ende bauen, einmal einen Prototypen gescheiten erstellen, das einmal anbringen, dann bei Höhle der Löwen anrufen und sagen, ey, Ralf Dümmel, wie sieht's aus? Du kriegst, du kriegst 50 Prozent von der scheiß Firma, wir machen das zu zweit, du kümmerst dich um alles und fertig. Und dann sagt der, geil, ich werd mit dir reich. Und dann ist das Thema im Normalfall erledigt. Wenn das so funktioniert, wie wir es uns bis dahin ausgemalt hatten. Kann auch sein, dass es da schon wieder Workarounds gibt oder sonstiges. Aber wir haben halt drei Jahre an diesem Patent rumgearbeitet. Ja. Deswegen, das hab ich nie umgesetzt, das liegt bei mir rum gerade. Okay. Wenn jemand Bock hat und die Idee gut findet und sich da reinlesen möchte, könnt ihr euch gerne melden. Vielleicht wirklich einen. Dann können wir noch einen draus bauen, ey. Ja, okay. Also wenn ich mich nicht drum kümmern muss und nur der, dann können wir drüber reden. So. Ja. Das ist das, gefühlt, aus dem Kopf heraus gefühlt ist das eine Lizenz zum Gelddruck. Mein Gefühl. Ja, Potenzial hat das auf jeden Fall. Ja, weil du halt ein Patent hast. Du hast ein europaweit oder sogar Welt, ich glaub Europa oder Welt, weiß nicht mehr genau, Patent darauf. Also es darf keiner so herstellen mit dieser Funktionalität. Wenn du dann die großen Verkaufshäuser da irgendwie hast und dieses Ding dann, keine Ahnung. So. Ja. Ja. Ich komm gerade nicht drauf, was ich noch in letzter Zeit für ein, zwei Gute hatte. Bluetooth. Aber es sind natürlich viele. Bluetooth. Bluetooth. Duschkopf. Der war natürlich sehr gut. Dann der vegane. Wir klären nochmal kurz, weil das war ein anderer Podcast. Nee, nee, nee. Das ist ja, also. Du hast kein Patent drauf, kannst du nicht so drüber reden. Selbst erklären, glaube ich, und will ich jetzt auch wirklich nicht die Technologie hinterher. Aber das ist das, was auch so über Bluetooth wird quasi. Ja, du hast halt einfach nur einen Duschkopf, den du halt die ganze Zeit so rumtragen kannst. Halt mit Bluetooth. Macht Sinn. Ja. Dann der vegane Proteine-Eiran war natürlich, da habe ich letztens jetzt gesehen, dass den wirklich einer gemacht hat. Eine Frage. Warum hast du es nie umgesetzt so? Also ich meine, deine Lizenz zum Geld drauf. Hat leider, leider die, die Investoren haben gefehlt. Ja. Was kommst du so, was du an Kohle bräuchtest, um Wasser zu verblutthutzen? Zwei, drei Millionen, glaube ich. Da bin ich gut dabei. Ja, ist klar. Ja, der vegane Proteine-Eiran war natürlich auch ein Ding, der wurde jetzt letztens, also vegane Eiran gibt es jetzt, aber noch nicht in der Protein-Variante, deswegen der war noch und war da eine Sache, war letztens auch noch. Achso, und jetzt wirklich Real Talk, das habe ich ja wirklich, das habe ich vor acht Jahren das erste Mal gesagt. Ich habe es jetzt erst gesehen, dass es erst mal produziert wurde. Ich hätte, da kannst du natürlich kein Patent drauf machen, aber ich hätte vor fünf Jahren damit angefangen, gut vermarktet, mit einer wirklich geilen Vermarktung angefangen, Radler, also zuckerfreies Radler rauszubringen. Jetzt habe ich das erste Mal gesehen, Crombacher ist jetzt so die erste große Marke, die es macht. Einfach dieses Zero-Getränk ist ja so ein großes Ding und dann sagen zu können, mit so einem Lifestyle-Getränk wie Radler, wo alle immer ein bisschen schlechtes Gewissen haben, weil du weißt so, ne, Alkohol gepaart mit Zucker, dass du einfach anfängst zu sagen, ey, ein zuckerfreies Radler hat nur, und das hat ja dann wirklich absurd wenig Kalorien, irgendwie so 50 Kalorien, ein, also ne, ein 033er und dann angefangen im geilen Marketing ein zuckerfreies Radler rauszubringen. So, ne? Ja, ist eine gute Idee, hättest du vielleicht, hättest du so in den Ideenkasten reinspeisen können, hättest du ein paar Mark 50 für gekriegt, aber hättest du selber ja nie umsetzen können. Nö, natürlich nicht. Ja. Ja, gut. Aber okay, die Idee, wirklich, die ist, die ist gut. Ja, ja. Aber du hättest damit, bräuchst du ja eine eigene Brauerei und das dann früher macht keinen Sinn. Ja, natürlich. Also, aber ein gutes Produkt, was du da als Idee hattest. Ich überlege nochmal, was hier so, ich muss Arne nochmal fragen, was wirklich so die Top-Hits waren, dann würde ich das nochmal nachreichen. Dann können wir eine ganze Episode dazu machen. Weil Arne hat, glaube ich, mitgeschrieben bei den Sachen. Das können wir machen, du kannst aber die Sachen mitbringen und wir roasten, aber wir denken da jetzt mal so ein bisschen Abstand mal drüber nach in der anderen Gesprächsrunde. Wir denken da einfach mal so drüber nach, wie das in eurem Kopf passiert ist. Arne und werde unsere Million-Dollar-Ideas, werde ich nochmal aufgreifen. Ja, sehr gut. Freue ich mich drauf. Gut. Ach, das war wirklich im Shitsheet drin. Dann haben wir das schon und ja gut, das Letzte ist natürlich absoluter Quatsch. Da lasse ich, ich leite es jetzt mal ein und dann kannst du meinetwegen kurz darauf reagieren. Ich weiß nicht, ich habe die Nachricht auch bekommen. Also, den zweiten Punkt haben wir abgehakt mit dem Blight-Ranking und jetzt kommt dritter Punkt. Dirk arbeitet aktuell an seiner Heilig-Sprechung. Rauchen aufgehört, unnötige Abos gekündigt, diese Woche sogar Küchendienst im Office erledigt. Ist das noch der Dirk-Funkt, den wir kennen oder wurde er bekehrt? Hast du aufgehört zu rauchen? Ja, es gab, wie gesagt, einen kleinen Rückfall vielleicht, aber auch einen angekündigten an diesem Wochenende. Es gab einen kleinen Rückfall vielleicht, aber ansonsten. Wie viele Abos hast du gekündigt? Wie viele sinnlose Abos hast du gerade aktuell? Also du hast Magenta gekündigt? Nee, ich habe eher, also Abos bin ich jetzt wieder clean. Ich muss jetzt nur, was ich machen muss, so random, da habe ich letztendlich mal nachgeguckt, habe ich so eine Mail gesehen. Ich habe ja so meine ganzen Versicherungen, habe ich so bei No-Product-Placement bei Check24. Weil da kannst du mal gut vergleichen, hier so Tierversicherung, alles, privat auch und so, Auto, habe ich da. Und dann kriege ich auf einmal eine E-Mail und dann würde, also neben erstmal, aber das ist halt erklärlich, die Versicherung für meinen Hund wurde teurer, weil der jetzt halt älter geworden ist und das machen die dann halt so. Älterer Hund, klar, ist potenziell mehr krank, braucht mehr Pflege, ist jetzt teurer geworden. Das habe ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 55 oder so im Monat für meinen Hund. So teuer ist das, so einen Hund zu versichern? Ja, Digga, weißt du, wie teuer das ist, wenn der Hund mal wirklich was hat? Also gut, Stand jetzt ist die Rechnung nicht aufgegangen, weil ich zahle seit Jahren, zahle ich in eine Versicherung rein. Nein, nein. Aber das ist die Versicherung, wo sonst viele Leute existenziell, wenn der Hund wirklich mal krank ist oder mal eine OP braucht, das ist ja insane teuer. Also können die Leute mal runterschreiben, Hausaufgabe für Olaf, damit der das mal checkt, so die teuerste Rechnung, die ihr beim Tierarzt mal bekommen habt, weil euer Hund mal krank oder irgendwas hat. Weil solange du jetzt nicht super abgesichert bist mit, ich kann halt so einen hohen vierstelligen Betrag, kann ich easy mal rausplättern, wenn es mal so weit ist, zahlst halt so eine Versicherung, da bist du safe und hast nicht diese, weil das ist ja Realität für viele. Die müssen dann überlegen, ob sie den Hund einschläfern lassen, weil sie sich einfach nicht leisten können. So. Und deswegen habe ich mir ganz früh gesagt, ich nehme auf jeden Fall so eine Versicherung, dass ich da keinen Stress mit habe. Ich finde das ja, deswegen bin ich so fern von Haustieren, weil die kosten so viel Geld und Zeit, Mann, das ist geisteskrank. Also an alle, die es machen, ey, könnt ihr viel Erfolg weiterhin, ich glaube, die Rechnung mit diesem, was dir das Tier zurückgibt und was du da rein investierst, geht für mich nicht auf, sorry ey. Ich glaube, die geht wirklich für die allermeisten Menschen sehr gut auf. Nee, glaube ich nicht. Aber doch, auf jeden Fall. Nee, glaube ich nicht, glaube ich wirklich nicht. Das ist doch so mit der Theorie, glaubst du, es gibt super viele Leute, die sagen so, boah, ganz ehrlich, so happy bin ich eigentlich nicht mit meinem Hund. Ja, wenn du das mal vergleichst. Ich gucke jetzt mal hin, ich habe da 6.000 Euro reininvestiert bisher, nichts zurückbekommen. 6.000 Euro und weiß nicht, wie viele Flexibilitätseinbußen und sonstiges, das klingt ja alles Vollgas mit rein. Also ich freue mich für euch, wenn das so ist. Ich freue mich wirklich für euch, wenn das so ist. Und die Leute, die die Businessentscheidung machen und sagen, ich nehme lieber einen Hund anstatt ein Kind, weil ein Kind noch schlimmer ist, die verstehe ich natürlich klar. Okay. Also, wenn du sagst, du musst irgendwann mal dein Leben ruinieren, dann lieber einen Hund als ein Kind, das passt, aber ansonsten. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass meine Autoversicherung. Ist, warum auch immer, kam so eine Mail und dann so, ja, ihre Autoversicherung kostet jetzt übrigens statt, weiß ich nicht, sagen wir mal, statt 450 kostet die jetzt 1.000. Ja, weil es sich automatisch verlängert hat und du am Anfang so einen Bonus drin hast bei Check 4. Also du musst dich immer wieder, musst dich immer wieder neu. Also irgendwas war da so. Ja, du musst dich immer wieder wechseln, dann kriegst du nämlich als Neuersteiger. Ja, genau, deswegen. Das haben wir früher gemacht, als ich in der WG gewohnt habe, habe ich immer, jedes Jahr, haben wir uns quasi daran erinnert, haben wir jedes Jahr neue Stromdingen abgeschüttet. Das ist Spaß, richtig Geld. Ich weiß, das ist ja das, du musst da echt dranbleiben, sondern aber ganz viel Sachen, es wird dir ja bei Check 24 ja ständig angezeigt, du könntest jetzt bei der Versicherung, gerade wenn du dich umentscheidest, könntest du das und das sparen. Und da muss ich, ich muss jetzt mal Versicherungen, muss ich aufräumen. Okay, aber das ist ja eine andere Nummer als Abos. Also ich muss die Autoversicherung umräumen, ja, aber das ist ja trotzdem super viel Geld. Ja, aber das ist ja eine andere Nummer als Abos. Ja. Nö, ansonsten so Dark Horse Abos habe ich aktuell nicht mehr rumliegen. Okay, das ist doch stark. Dann hat, was will der Schuster, du rauchst noch ein bisschen, du hast eigentlich, okay, Abos hast du schon länger jetzt aufgeräumt, hast du Kontrolle drüber, Küchendienst musstest du machen, weil wir jetzt hier Küchendienst eingeführt haben, weil wir die Schnauze voll hatten. Ja, ja. So, hat aber auch schreckend gut funktioniert. Die Redaktion hat letzte Woche gut vorgelegt. War strategisch, also für euch zur Info, ich habe Küchendienst, ich habe am letzten Tag habe ich das erste Mal partizipiert. Ich weiß, ist okay, aber ist ja egal. Trotzdem ist es geil, diesen Küchendienst in den Abteilungen jetzt eingeführt zu haben und die Redaktion an den Anfang zu packen und ihr habt es gut gemacht, weil das denken immer alle, dass die Redaktion der größte Dreckshaufen ist, aber ihr habt es gut gemacht und dadurch ist jetzt der Ton gesettet für eine gute Qualität des Küchendienstes. Das gefällt mir sehr gut, was da passiert ist. Was nämlich wirklich unaushaltbar war, was da, wie diese Küche, ja, aber das haben wir ja schon öfter gesprochen. Okay, damit ist das Shit-Sheet durch. Ich muss auch hardcore pissen, aber erstmal das Outro und dann noch ein paar letzte Worte. Rückfrage an Vincent Schuster, Alter. Was ist das für ein krankes Schwein? Was bist du für ein Typ? Was ist ein Hurenbock, Alter? Das ist respektlos, das ging zu weit. Vincent, finde ich zu ihm, das ist eine Scheißfrage. Also Schuster, das war jetzt, da hast du wahrscheinlich ein bisschen mehr erwartet. Und ansonsten, kommen Sie aus euren Schuster, finde ich gut, gut gemacht. Gut gemacht, Vincent. Schuster's Shit-Sheet, eine Spontent-Original-Rubrik. In dem Fall, glaube ich, können wir da alle mit leben, was da rausgekommen ist. Outro gut. Outro immer noch gut. Ja. Auf jeden Fall. Okay. Ich habe auch, ehrlich gesagt, wie ich gar nicht... Momentan sind unsere Episoden eh immer viel zu lang. Stimmt, wir sind schon... Wir müssen mal wieder auf knackige 15 Minuten, wenn uns gar nichts einfällt und... Ich habe zu viele Themen mitgemacht. Stunde drei, wenn es so normal ist oder so, dann müssen wir wieder zurück. Entschuldige, Dirk. Ja, ja. Geht heute auf meine Kappe. Aber ich wollte dieses LeBron-Thema unbedingt ansprechen und Tesla war auch... Ja, fand ich gut. Fand ich gut, hat Spaß gemacht. Okay, top. Dann hören wir uns nächste Woche wieder am Samstag... Oder wir sehen uns am Samstag in der Halle, wenn wir gegen die Truge aus... Und, warte, lass mich einmal kurz mal gucken. Letzter Plug. Haben wir Sonntag wieder bei uns aus? Ich meine, ja, ne? Freitag haben wir bei uns aus. Haben wir diesen Freitag bei uns aus? Ich glaube schon, ja. Wirklich? Ja. Einmal kurz verifizieren bei Instagram. Freitag und Samstag für euch online. Das steht auf jeden Fall in meinem Kalender drin. Freitag ist Freitag, der 25.10. Ja. Ja, dann um 20 Uhr, ab 19 Uhr läuft die Sendung. Herrschingen gegen die Netzhoppers. KW zum Dritten. Ja, aber KW hat er jetzt ja einmal gewonnen. Von daher sehen wir jetzt wahrscheinlich die beste Version von KW gegen Herrschingen. Das könnte... Könnte cool werden. Könnte ein ganz gutes Spiel werden, ja. So machen wir das. Dann Freitag und Samstag live on air. Wie gesagt, Livestream läuft ab 16.30 Uhr circa am Samstag. Ab 19 Uhr definitiv am Freitag. Da sehen wir uns auf jeden Fall. Und dann ansonsten nächste Woche hier wieder. Tschüss. Tschüss.